Hey, hallo hallo, gute Erscheinung, Merci. Läuft's? Hey, Reto! Ja! Ja! Da sind wir wieder! Ja! Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich ein wenig aufgedrängt, aber ich habe mich extra ein wenig aufgedrängt, weil ich finde, ich mache die Konkurrenz als motiviertesten Comedian von der Schweiz. Ah, also motivierter bist du sicher. Ich bin schon zu lange dabei. Ja, das ist dumm. Vielleicht gibt es am Anfang, weil Sven ja so extrem schleimer ist, so ein guter Mensch ist, der immer Sachen mitbringt, habe ich dir jetzt ein Aufsteller gebracht. Ich habe das nicht zu Hause rumgelassen, ein Aufsteller, weil das ja Feelgood ist. Ein richtiges Aufsteller im Sinne von ein Muntermacher, ein Motivierer. Ah, logisch. Vor allem, wenn es tief mit Alkohol ist. Ja, eben. Du hast ja mit Sven sehr lange über Alkohol diskutiert und dann habe ich gefunden, ja, ein Aufsteller. Also einfach alles, was es braucht, Zucker und Alkohol. Zucker und Alkohol. Ist geil, das Feelgood-Podcast wird langsam wieder so ein Werbenspot für irgendwelche Rausch- und Suchtwitter. Aber ich habe es extra gekauft. Ich bin extra in der Bäckerei in Egisdorf angehalten und bin noch schnell ausgestiegen und habe es noch gekauft. Ich freue mich auf irgendeinen Gast, der sagt, oh, ich habe da noch zwei Säcke Koks. Das Aufsteller. Das Aufsteller. Das Aufsteller. Das Aufsteller. Was denkst du, wer würde Koks mit Pink? Hey, Heroin. Ich habe doch etwas in meinem Keller zusammengebraucht. Achtung, ein bisschen im MF. Das ist ein richtig gutes Aufsteller. Vielleicht wäre das dann der unglaubliche Durchbrust und dann der Feelgood-Podcast der erfolgreichste Podcast der ganzen Schweiz wird. Das ist sehr lieb, danke vielmals. Das ist jetzt etwas, ich habe nämlich extra nachgeschaut, bis 16. Mai. Also es ist etwas, was bald verzehrt werden muss. Weil ich einmal nach einem grauenhaften Auftritt habe ich eine Zuck- und Kirschtorte gekriegt. Und ich habe gecheckt, dass die in den Kielschrank muss. Die muss in den Kielschrank. Ja, das ist gut zu wissen. Wir haben schon wieder etwas gelernt. Das ist ja geil. Und ich sage, ah, danke vielmals. Ein richtig katastrophaler Auftritt. Ich gehe zum Auto, mache es in den Koffer. Und zwei Tage später denke ich, was schmeckt das? Klassiker. Und? Hast du ihn auch noch gegessen? Ja, und dann bin ich in drei Monaten nicht aufgetreten. Nein, nein. Ah, scheisse. Aber darum vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das schätze ich sehr. Ja. Kann sich jetzt so etablieren, dass die Leute so etwas mitbringen. Das finde ich. Ja, finde ich gut. Ich habe mir aber schon überlegt, was ganz gut ist. Kennst du Daniel Tosch? Nein. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskomiker. Und der hat jetzt mittlerweile auch einen Podcast. Und dort schenkt er den Leuten am Schluss, schenkt er immerhin etwas, das er aber nicht gekauft hat. Sondern es ist einfach zu Hause und er will es loswerden. Ah ja, das ist aber auch noch geil. Ja, das macht man doch an Weihnachten so Schrottwichteln heisst das. So, wenn man das Zeug, das du daheim rumlegst hast, bringt es anderen mit, du vielleicht es jemanden brauchen. Und er hat zum Teil dann aber richtig grosses Zeug. Also weisst du, die eine, die zu Gast ist, ist schwanger. Ja. Und danach schenkt er ihr hunderttausende Babysachen, die er halt nicht mehr braucht, weil seine Kinder schon älter sind. Das ist aber geil. Das ist ja richtig sinnvoll. Das ist super gut. So, dann habe ich mir auch schon überlegt. Soll ich mal von zu Hause herumschauen? Was brauche ich nicht mehr? Das wäre aber schon geil. Das könnte ja die Gast oder Odo bringen, was sie nicht mehr brauchen zu Hause. Und dann kannst du es eventuell tauschen. Und manchmal kannst du das Zeug eben schon brauchen. Manchmal schon? Ja. Also ich meine zum Beispiel, ich habe dir jetzt ein Tatteln Nussbrot geschenkt. Das ist richtig geil. Findest du geil? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gesehen. Du musst das in den Kühlschrank, oder? Nein. Sonst hättest du es dir nicht schenken. Das kannst du auch irgendwo aufbewahren, wenn ich 10 Jahre noch essen habe. Es sieht so ein bisschen so aus wie Bunkernahrung. Es hat so ein bisschen Backsteinfeeling. Ja. Ich habe das Gefühl, man kann es irgendwann als Wurfgeschoss brauchen. Ich meine, es haben wir gerade erst den Mai gehabt. Ja. Nächstes Jahr kannst du mit diesem Brot. Mit diesem Tatteln Nussbrot. Gehst du jetzt auf den Paradenplatz? Gut, ich bin von Bernd. Wo ist denn Bernd? Der Bundesplatz? Ja, also ich weiss eigentlich gar nicht. Wir haben ja nicht mal frei an diesem Tag. Weisst du, der Kanton Bernd hat ja nicht frei. Ah. Am 1. Mai. Darum müssen wir auch auf den Soloturn. Aber es hat auch schon eine Demo gegeben in Bernd. Auch schon auf dem Bundesplatz. Schon, oder? Ja. Ich bin einmal im Käfigturm aufgetreten. Ja. Was auf dem Bundesplatz eh in der Demo gewesen ist. Ja. Was aber auch komplett ausgeartet ist. Also wirklich mit Tränengas, Gummischrot und so weiter und so fort. Ja. Und es klingt jetzt mega blöd. Aber dann habe ich mir gedacht, ah, so ist es gesehen, wo vor wirklich mittlerweile, was sind sie jetzt da, schnell rechnen, 80, 90 Jahre. Ja. 80 Jahre während dem Zweiten Weltkrieg das Bernhard Theater in Zürich aufgegangen ist. Ja. Da habe ich mir gedacht, ah, so hat sich das wahrscheinlich angefühlt. Dass du dann irgendwie in so einem geschlossenen Raum, einfach wirklich voller Eskapismus, du kriegst nichts mit, was draussen gerade passiert. Und ich habe die Show gemacht, im Käfigturm, in diesem Keller. Und irgendwann kommst du wieder hinauf und es sticht in den Augen und überall ist es verwischtet. Und du denkst so, wow, das ist alles passiert, während wir da unten einfach eine gute Zeit gehabt haben. Und vorher war es nichts, du bist wie runter zum Soundcheck und so. Vorher war die Demo einfach am Start, aber es ist halt noch ausgeartet. Ah, aber es ist noch, ja, das ist eher. Das ist wie so einschlafen und dann aufwachen und nicht genau wissen, was für Zeit es ist. Das ist wie so in einer anderen Zeit gelandet. Oder nicht wissen, wo mehr. Ja, genau, ja. Das ist immer so, wenn du aufwachst und denkst so, hä? Ja, aber es ist noch krass, ja. Bei mir war es dann, als ich meine erste Premiere im Käfigturm hatte, das war am Abend vor dem Lockdown, 23. Oktober, ich glaube, es war 21. Vor dem erneuten Lockdown. 20. Ah, 20, stimmt. Ja, stimmt, ja. Und dann war es wirklich so, das war dann noch in der Sendung, das war so Premiere und Terniere gleichzeitig, was ich natürlich vorher nicht wusste, das war am Tag nach Pressekonferenz, dann bin ich runter und dann sind so wie 120 Leute dort auch in Masken. Und dann haben wir so den Abend gehabt. Und dann sind wir raus und dann ist so geil, die Stadt war fast leer. Ja, ja. Man konnte so in einzelnen Bars noch raus saufen, so auf der Gasse noch eins nehmen, aber am 12. Mai ist es wie fertig gewesen, hat man gewusst. Und dann sind so überall Kastenwagen rumgestanden. Und das ist dann wie so, aus dem wohligen Rahmen von der Premiere raus, in so einer geilsten Stadt schon noch recht leer gewesen. Hast du aber auch das Gefühl gehabt, du bist in irgendeinem postapokalyptischen Film? Ja, so einem Last of Us. Ja, wirklich? Ja. Ich hatte es einmal, als ich am Sonntag zogen, dort habe ich noch geraucht. Und dann fand ich, fuck it, ich hole mir jetzt auf den Packchen Ziggis und eine Flasche Prosecco. Das ist jetzt das, was ich brauche, so am Sonntag, am 9 Uhr. Und dann musst du natürlich am Bahnhof. Und gerade der Bahnhof ist ja ein sehr populierter Ort. Ja. Eigentlich immer, oder? Ja. Und du hast einfach leer gesehen. Und keine Züge sind gefahren. Und du läufst einfach zu Basel, bin einfach so allein durch die Passerellen. Alles zu, ausser der Co-Ponto, weil dort musste ich das Züge holen. Logisch. Dort sind aber auch gewisse Sachen abgesperrt gesehen, weil die Verkaufsverbot verdammt. Stimmt, ja. So. Und es ist einfach ein Dude, es ist einfach allein vor so einem Kielregal gestanden und hat es einfach so angestarrt. Und im Hintergrund ist irgendwie so ein 80er Hühler gelaufen. Weisst du irgendwie so, weisst du noch nicht? Tell me lies, tell me sweetly lies. Und daran steht einfach so, es steht einfach so eine Party-Stätte. Und ich dachte so, in welchem Film bin ich jetzt da? Ja. Wenn man es jetzt so zurückdenkt, ist es schon fast wieder nicht mehr real. Absolut. Es ist wirklich absurd. Ja stimmt, das habe ich vergessen. Es sind ja auch die Papeterie-Sachen und die Papeterien mussten zu haben. Zum Beispiel war es ja auch so abgesperrt mit Papier. Genau. Es war wirklich geistermässig. Aber wir sind ja nicht da, um über vergangene Covid-Zeiten zu reden. Sondern, du bist ja wirklich sehr motiviert gesehen und hast gefunden, du hast fünf viele gute Sachen mitgenommen. Und du hast sie... Ah, da hast du sie durchgeschrieben. Also ich muss vorweg sagen, ich finde es eine wahnsinnig gute Idee. Darum habe ich mich auch so ein wenig selber eingeladen. Also ehrlich gesagt, wenn der Platz ist, komme ich mega gerne vorbei. Dann habe ich eben noch die Folge mit Cenk und Sven gehört. Und dann plötzlich ist mir so viele Dinge in den Kopf geschossen und ich merkte, ich habe mir selber ins Bein geschossen. Ich finde es mega schwierig. Ich habe dann so überlegt, ach, das könnte ich sagen, das könnte ich sagen. Und dann hast du mir aufgefallen, dass ich viel zu viele, viel zu viele Momente habe. Und dann so grosse Themen. Ja, aber man muss ja auch nicht... Also weißt du, das Ziel ist ja nicht, dass man sagt, das sind die fünf Ultimative. Sondern es sind einfach fünf. Und das nächste Mal sind es andere fünf und dann sind es wieder andere fünf. Und du kannst auch eine gute Mischung machen. Du kannst sagen, von einem grossen Thema und irgendetwas ganz kleines. Es ist völlig frei. Ich habe es jetzt so gemacht, weil ich es eben so schwierig habe gefunden, dass ich immer einen kleinen Moment habe genommen, aber stellvertretend ist für einen allgemein grossen Moment. Also sind das alles Erinnerungen? Ähm, es sind Momente, wo passiert sind. Okay. Ja genau. Momente, wo passiert sind, wo ich finde, das ist stellvertretend für etwas, was mir sehr wichtig ist. Und ich habe ein bisschen beschissen, weil ich noch ein Sechster dabei habe, wo aber so die Moral ist von allem. Jetzt ist die Frage, ob die Moral so wichtig ist, ob man es am Anfang sagen soll, oder erst am Schluss, dann zum Abschluss. Also für das Storytelling wäre es gut, am Anfang zu sagen. Ja. Damit man dann am Schluss den Kreis wieder schliessen kann. Okay. Dass man einen Teaser hat. Okay. Weil der allererste Moment, wo mir in den Sinn gekommen ist. Also die Moral. Moral, genau. Moralmoment beziehungsweise steht für alles. Es ist etwas, was mir wirklich im Leben persönlich sehr wichtig ist. Egal welchen Moment du erlebst, ob es ein viel-gut-Moment ist, ob es ein viel-bad-Moment ist, egal was. Das grösste Geschenk ist, wenn man die Momente nehmen kann, als das, was sie sind. Und das ist mir auch das erste Sinn bei diesen viel-gut-Momenten. Ja. Der kleinste oder der grösste Moment, egal was, wenn du sie nehmen kannst und so richtig im Moment sein, das finden das grösste Gefühl überhaupt. Das ist jetzt aber der buddhistische Approach, oder? Kann man sagen, ja. Nicht, dass jetzt buddhistisch extrem informiert oder extrem der Religion zugetan wäre. Aber ich finde das grundsätzlich die Einstellung, wenn du Momente nehmen kannst. Je mehr Momente du als solcher nehmen kannst, wie sie sind, desto erfüllter bist du. Das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist mir als erstes inkommen, bevor man über all die kleinen oder grossen Momente spricht, ist das wie das Wichtigste, egal welches es ist, dass du da rein kannst. Yes. Ja. Jetzt bin ich eben gespannt, was jetzt für Beispiele kommen im Zusammenhang mit dem. Ja. Es tut mir natürlich auch alles ein bisschen erleichter. Jetzt kann ich auch in kleinen Momenten sagen, ja, du kannst nicht mehr, was das ist. Ja, logisch. Gut, ich habe es auch ein bisschen so gemacht und das habe ich eigentlich ein spannendes Format gefunden, weil man es ja nicht so chronologisch ordnen oder so eine Rangliste macht. Du wie kannst auslesen, ich habe es aber ein bisschen anders gemacht als Cenk oder Sven. Farbe. Nein, A, B, C, D, E. Oh, oh. Anstatt 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kannst du auslesen, einfach, dass es für dich auch ein bisschen spannend bleibt, weil du hast so ein bisschen das Auswahlverfahren. Also, dann füllen wir doch an mit D. D? Ja. Okay, ich sage den ersten kleinen Moment. Der kleine Moment ist, ich mache jeden Morgen mit meiner Partnerin, meiner Freundin, wenn es klappt, praktisch jeden Morgen trinken wir zusammen einen Kaffee. Und das machen wir jetzt etwa seit 5 Jahren und das finde ich einen wahnsinnigen Feel-Good-Moment, weil wir uns jeden Morgen die Zeit nehmen, mich zusammen zu sitzen und einander etwas zu erzählen und zusammen einen Kaffee zu trinken, ohne dass wir im Handy sind, ohne dass wir sonst irgendetwas machen. Und das ist für mich ein absoluter Feel-Good-Moment. Immer zur gleichen Zeit? Nein, also eine Zeit lang, als sie noch gearbeitet hat, habe ich die Gelegenheit genutzt, mit ihr aufzustehen. Das hat mir noch einen recht guten Rhythmus gegeben und dann haben wir immer zur gleichen Zeit plus minus. Und jetzt unsere neue Situation variiert zu klein. Aber wir stehen auf und das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das jetzt weiterhin machen, dass wir aufstehen und dass das so der Fixpunkt des Tages ist. Also, ich weiss nicht, ob du willst sagen, aber die neue Situation ist nichts Schlimmes. Das ist das, was sie noch nicht schaffen können. Jetzt die neue Situation. Sie sind unfahig zu arbeiten. Liegt mit einem Vollgips im Spital. Vielleicht muss man es noch sagen, ich bin Vater geworden vor genau einem Monat. Yeah! Oh, schau mal, du sollst die Klatsche sogar. Das ist eine ganz seltene Erde. Genau, darum ist es sehr Mutterschaftszeit und da ich an Künstlerisch tätig bin, haben wir am Morgen auch sehr viel Zeit. Bist du Künstlerisch? Ja. Ebe, ebe, ebe. Was überrascht mich jetzt? Was überrascht mich jetzt? Was sagst du, wenn du jemanden fragst, was machst du im Beruf? Seidst du eigentlich Komiker? Ja. Und ich sage sogar extra Komiker. Ja. Ich habe einfach immer schon Komiker besser gefunden als... Comedian ist okay. Ja, Komiker ist dann besser, gell? Komiker finde ich besser, oder man ist Stand-up-Comedian. Das ist dann meistens so, aha, was machst du denn so? Stand-up-Comedy. Das wird dann die Hauptdisziplin, oder? Ja, das stimmt, ja. Aber mein Grossvater hat sich mal wahnsinnig gestört ab dem Begriff Komiker. Warum? Er hat das eingenommen gelesen in einer Zeitung, da haben sie geschrieben, der Komikoschol von Mützenbecher. Und er hat gefunden, es sei so abwertend, Komiker. Ich finde es fast abwertend, nein, nicht abwertend, aber ich finde es fast unzutreffend, wenn jemand sagt, du bist ein Klon. Ein Klon? Ja. So ein lustiger? Das stimmt aber auch nicht, weil Klon können ja vielleicht noch andere Sachen, die wir vielleicht nicht können. Ja. Ja. Nein, darum, ja Komiker. Ja. Du bist aber natürlich etwas breiter aufgestellt. Aber ich sage auch Komiker. Es ist mir nicht zu blöd, wenn ich sage freischaffender Künstler, das töten immer so ein wenig. Ah ja, das heisst auch für die Sozialhilfe. Ja, darum sage ich auch Komiker. Ich finde, es fühlt sich auch gut an, Komiker. Das ist wirklich so. Du sagst immer auf der Bühne, es ist wie für dich etwas vom, du hast immer gewusst, du wolltest es werden. Ja. Und für mich ist es auch ein recht lang gehackter Traum. Und darum sage ich so uneroblich gerne, wenn die Leute mir fragen. Absolut. Ja, es fängt so zu sagen. Und vor allem, ich habe lange gebraucht, bis ich dann, ich habe schon Stand-up-Comedy gemacht. Ja. Und ich habe dann lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ich bin Komiker. Mhm. Gell, ja. Weil ich habe so ein Imposter-Syndrom gehabt und dachte, ich darf mich doch jetzt nicht Komiker nennen, nur weil ich jetzt auch auf der Bühne stand und Jokes erzähle. Das zählt nicht, du bist nicht offiziell. Das ist noch nicht. Ja. Das hat wild mehr gebraucht. Und es ist ganz weird. Irgendwann habe ich so ein Interview von dieser Zeit gesehen. Und dort habe ich das so übertrieben runtergeschwätzt, die ganze Stand-up-Comedy. Das ist ein Job wie jeder andere. Weisst du? Nein, nein, es ist einfach den Job. Weisst du, wie wir im Radio moderieren und so. Es ist einfach den Job. Ja. Dass ich auch nicht irgendwie sich überhaupt auf das Level vom Begriff Komiker, weil ja kein geschützter Beruf ist und nichts, ohne sich dort hineinzdrängen. Ja. Weil es fast zu gut ist zum Wahrsein. Genau. Ja. Wenn ich jetzt sage, fliegt es auf. Ja. Das ist wirklich so. Die Schatzkiste, die kann ich jetzt nicht aufmachen. Weisst du? Ja. Das finde ich ein Fakt zu sagen. Ja. Genau. Genau. Der viele gute Moment ist wirklich jeden Morgen mit meiner Partnerin das Kaffee trinken. Und ich bin noch nicht so richtig gut im Latte-Art geworden, aber es ist so, ich versuche immer mehr so ein Musterchen reinzugeben, weil ich grundsätzlich finde, dass du aus so kleinen Momenten schon etwas rausnehmen kannst. Das ist wirklich ein wunderbarer Moment. Also ich nehme an, dieser Moment ist die Kombination vor allem. Also ich meine, Kaffee, wenn man gerne Kaffee hat, ist ja schon mal etwas mega Geiles. Vor allem, wenn man sich dann noch etwas damit beschäftigt und findet, ich weiss nicht, was die haben, aber... Früher hatten wir so eine ganz einfache aus dem Brocken. Schon eine Kalbmaschine. Ja. Aber ich habe schon gemalt und einen Kaffee hatte und ich komme wirklich mega nicht gut raus. Und ich bin auch immer noch ein Fan vom Bialetti-Kaffee von dieser Kanne. Weltklasse. Weil es echt die ganze Wohnung nachher riecht, wie das Paradies muss riechen. Und dann haben wir aber irgendwann kaputt gegangen, nachdem sie... Sie war ja auch 20 Jahre alt. Und dann haben wir gefunden, dass wir aber nicht so etwas... Du musst tüfteln, weisst du, dann musst du alles genau einstellen. Und dann haben wir uns so diese silberge, italienische Kaffee gekauft. Und dann haben wir gemerkt, oh ja, du musst schon ein wenig tüfteln. Aber es ist nicht so, dass du jetzt... Du kannst auch einfach ein Espresso rauslassen oder ein Milchkopf. Es ist nicht so ein High-End-Gerät, das direkt am Wasseranschluss ist. Aber er macht schon auch geilen Kaffee. Aber nicht zu übertrieben. Eben, aber es ist schon etwas anderes als irgendein Alu- oder Plastikpatrone. Mit irgendeinem Fake-Vanile-Geschmack. Es wird dann schon ein kleines Ritual. Und ich mache das meistens so, ich sage mir 95% von den Frauen machen irgendwie das Kaffee. Und wir haben ja wirklich schon fast Streit bekommen, wo ich mal gefragt habe, ja, willst du mal das Kaffee machen? So, nein, was? Es hat fast ein kleines Missverständnis gegeben. Und ich mache das wirklich auch gerne. Bei dem Starbucks machen sie das auch nicht. Also noch nicht. Ich habe das Gefühl, fünf Jahre bist du an dem Punkt, wo du sagst, Hallo, könnte ich einen Kaffee machen? Ja, jetzt musst du auf den Döberen. Dort sind die Bohne. So bis Self-Checkout im Supermarkt. Aber ich kassiere ein. Das macht 12.90 Franken, bitte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber ja. Das ist etwas, was ich mir dann schon auch noch... Also es ist natürlich völlig romantisiert. Aber wenn du so in vielen amerikanischen Filmen oder so, wo dann auch sie dann auch am Morgen immer ihr Kaffee holen, beziehungsweise die, die Schauspieler, Schauspielerinnen werden, so in einem Kaffeehaus arbeiten. Ja. Das ist schon etwas, was ich mir dann auch so etwas zu geil vorstelle. Es ist wahrscheinlich nie so romantisiert, wie es in meiner Vorstellung ist. In einem Kaffeehaus arbeiten? Ja. Ja. Also ich habe gerne, dass, weisst du, das wäre etwas geil. So, ja, ich fahre gerne hinter einer Bar aus oder so. Irgendetwas. Das finde ich geil. Aber dann irgendwann ist, glaube ich... Ja, eben. Es ist so lange geil, wie die Filmszene läuft, oder? Ja, ja. Wobei, das ist einer von mir, ich weiss nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, von meiner langgehegten Träume, auch immer noch. Ob ich unbedingt mal mache, ist so zwei Wochen bis zum Monat so in eine... Würde ich gerne mal so in eine Sternenküche. So als Dauerwäscher. Echt so gehen, wie der Vibe dort ist. Ja, das verstanden. Das verstanden ich sehr fest. Wo ich jetzt gefühlt habe, du bist so wie zusammen, etwas dran, und du gehst so voll rein, und du bist die 12, 14 Stunden, und da drin bist du so all in, und das finde ich noch eine geile Vorstellung. Äh, kennst du The Bear? Ja, ja. Hast du geschaut? Ja, genau so. Genau so stehen wir das vor. Also, da gibt es ja eine Folge in der zweiten Staffel. Die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ah, wirklich? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Aha. Ich habe nur die Vorschau gesehen, wegen dem Omelette, das dann überall so beliebt ist. Das Omelette? Es ist irgendwie so... Es ist so ein... Es ist so ein... Aha, gut sie macht Omelette. Ja, klar. Nein, auf jeden Fall gibt es eine Folge, wo... Ähm... Ohne zu viel Spoilern... Ja. Der... Der Cousin. Ja. Der Psycho, der Halbi, oder? Ja, der verdammt Fluch die ganze Zeit. Der Bear schickt ihn in so eine Sternenküche, die er dann geschafft hat. Und... Eigentlich ist die ganze Folge dann nur an... in diesem Restaurant. Ja. Und in dieser Küche. Und wenn er eben die Dinge leert oder nicht leert, und so weiter und so fort. Ah. Und... Es ist auch... Ich glaube auch auf einem die Beide. Eine von den best bewahrtensten Folgen. Aber... Und die ist so... Wie als... Einfach so Minifilm. Die dreiviertel Stunde kannst du so schauen und bist so... Wie im Himmel. Du bekommst aber Bock, oder? Du hast dann auch wieder... Völlig romantisiert natürlich. Mega. Du hast natürlich schon Bock, das mich mal zu machen. Ich will nie... Also Gastro... Ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die Gastro machen. Aktiv. Ich will... Ich will... Du könnt das wie nie langfristig, weil ich es echt zu hardcore finde. Aber so dieses Mal erleben. So den... Die Hits... So das... 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 Das finde ich schon noch... Würde ich schon gerne mal machen. Ja, der Gordon Ramsay sagt ja sogar, man müsste äh... Nie vor dem Dienst essen. Er hat gesagt, du kochst besser, wenn du hungrig bist. Ohne Scheiss! Ja, und ich denke so... Meine Laune... Wenn ich wirklich Hunger habe... Ja. Wird schon nicht sehr gut. Ja. Aber du bist so ein Hungry-Typ, so richtig. Ja, ich habe mich deutlich bessert. Ja. Ähm... Aber... Stress dazu... In so einer Küche... Und du musst jetzt fucking... 7 Tickets... Mit 24 Essen... Innerhalb von den nächsten 15 Minuten abarbeiten. Oder weisst du irgendwie so? Ja. Und du hast noch Hunger. Ja, ja. Und du schmeisst die ganze Zeit irgendwelche Sachen in den Ofen. Und du musst dort noch etwas runter reduzieren. Irgendwie so. Mhm. Ich weiss nicht, ob es gut wird kommen. Sprich, dann kommt, glaube ich, der Umgang, der... Der Umgangston. Ja, ja. Das wäre etwas, was ich hätte mitgenommen, was der Cenkner-Track sagt. Ich koche. Ich koche ja unglaublich gerne. Ich habe mal in Hamburg, in der Bullerei, weil ich der Tim Melzer für Kitchen Impossible rausfordern. Ja. Für die, die es nicht kennen, die Kitchen Impossible, die Kochsendung der Tim Melzer macht. Ich habe dort wie sein Personal nachgefragt, und dann gefragt, ja, kann ich mit ihm reden, was ich gerne... Ich hatte das Gefühl, ich könnte ihn schlagen. Er ist ja sehr kompetitiv. Ich kann jetzt von mir sagen, ich bin auch sehr kompetitiv. Ob das ist etwas, was ich sehr gerne mal machen würde. Weil die sind ja mega gut in diesem Zeug rauszuschmöcken. Ja, ja, ja. Das finde ich, das würde ich sehr gerne mal machen. Es gibt einen YouTuber, der in die Bullerei geht. Ja. Und ich glaube wirklich... Wie ist es gegangen? Ah, er macht es mit einem von der... Ah, von der Küche Angestellten. Ja, ja. Auf irgendeinen Souschef oder so. Er sagt, er fordert den raus. Irgendwie das eine ist das, irgendeine Pasta kriegt, und das andere ist irgendwie ein Burger oder so. Und dann kriegt der Melzer mit, dass das passiert in seinem Restaurant. Ja. Und er hat eh schon eine Hure-Groll auf diesen YouTuber, weil der irgendwie mal gesagt hat, ich weiss doch auch nicht mehr, sein Burger ist nicht so gut. Oder was ist irgendwie so? Ja, ja. Und dann kommt er extra vorbei. Weil er kann es nicht lassen. Und sagt, vergiss alles, was du jetzt gemacht hast, jetzt tun du und ich gegeneinander. Irgendeinen fucking Smash-Berg machen. Weisst du so, oder? Ja. Und er kann es nicht lassen. Er muss dann... Ich finde aber auch immer noch recht geil. Das habe ich sehr gerne, weil es ist ja immer so, direkt aufzustehen und sagen, ja ich habe es eh. Und ich finde grundsätzlich manchmal noch eine gute Mentalität, wenn man so wieder davon ausgeht, hey, ich an das, es tut dir ja viele Sachen leichter, auch weil du halt dann oft verlierst. Also das ist bei mir sehr oft der Fall, und dann Leute herausfordern, ihre Sachen, dann bekomme ich auch auf den Sack. Aber ich finde auch dort entstehen sehr gute Momente, wo man sich einfach einfach auf neues Zeug einlässt. Und das finde den Melzer wie geil, er geht mal so davon aus, ja, ich bin eh, also ich kann das wie so, das so, dann ja. Ist er aber auch nicht ein sehr schlechter Verlierer, wenn er verliert im Nachhinein zu, ja, wird es schlechter gewesen. Ja. Und das finde ich geil, finde ich eigentlich noch nicht eine schlechte Attitüde. Es ist natürlich ein gutes Fernsehen. Ja, extrem. Die Sendung ist viel zu lang, aber ja. Viel zu lang? Viel zu lang. Ich schaue es immer in Etappen. Ja. Ja. Ey, du, für eine Spule einfach so. Wirklich? Weil es solche Momente gibt, wo dann einfach so die Auslösung und alles finde ich nicht so spannend, finde ich es wirklich geil, wenn sie probieren und wenn sie dann kochen. Das finde ich das Geilste. Ich schaue auch gerne eine Kochsendung, wo die Leute nicht kochen können. Zum Beispiel? Ja, also weißt du, das perfekte Dinner? Ah, ja, genau. Das hast du gesagt, ja. Das wird schwierig. Ja. Aufgrund von einem Tipp von Leila. Ja. Äh, Dinner Date. Noch nie gehört. Also, das Konzept ist, das Konzept ist, äh, sagen wir, du jetzt, äh, warst, warst Single, äh, dann bist du in der Sendung, sagst du, hallo, ich bin der Reto, ne, und, äh, ich koche gerne. Und dann kriegst du fünf Menüs von fünf verschiedenen Single-Frauen und die schreiben dann im Menü so, irgendwo an da, da schreiben sie so, das Produktionsbudget von dieser Sendung ist irgendwie drei Euro, gell. Und, du siehst, dann hat sie so die roten Menüs und dann hat, du hast die Leute noch nie gesehen. Ja. Und dann sagen sie so, weiss doch auch nicht, ähm, mit, mit Feuer im Hintern starten, scharfes, äh, scharfes Gaspacho mit, mit Knoblauchbrot, oder, weißt du, irgendwie so. Und, und dann, äh, Hauptgang, heiss geht's weiter. Weisst du, du schon so ein bisschen merkst, was das für ein Charakter ist, hinter dem Menü, oder? Und dann suchst du drei von fünf aus, und dann gehst du einfach zu denen nach Hause gehen und essen. Ah, du suchst drei aus? Ja. Aufgrund von, und die anderen Fragen, okay, ja. Und danach sind einfach drei Dates immer bei jemand anderem zu Hause, und viele von denen haben wirklich zum Teil noch gar nie gekocht, weisst du? Ja. Das ist so geil. Wow. Wow. Und ein paar haben dann natürlich die Strategie, einfach abzufüllen. Das war jetzt so mein erstes Call gewesen, einfach mal, wobei er hat das Gefühl, er hat gut gekocht. Eidut, das war herrlich, das sagt sie so, ich habe das Gefühl, der will mich abfüllen. Und dann fragen sie ihn, vielleicht will ich auch einfach mich abfüllen. Und sie ist dabei, weisst du nicht mehr? Ah, geil. Ja, das tut nach einem guten Kopf, da muss ich vielleicht gut sein. Okay, Kaffee, und jetzt gehen wir natürlich zum anderen Punkt, die Gesellschaft ist ja auch noch wichtig in so einem Moment. Genau, und das ist wie so das Überding eigentlich, ich habe gesagt, der kleine Moment, wo stellvertretend ist für grosse Momente, wo wir wichtig sind, und jetzt in dem vor allem seine Beziehung, also einerseits Beziehung zu meiner Partnerin, aber auch stellvertretend für Beziehungen zu allen Menschen, die wir geniessen können. Ja. Das finde ich etwas extrem Schönes. Das finde ich, sei es jetzt mit meiner Freundin oder mit meiner Freundin oder mit meiner Freundin einfach so Momente geniessen können, die kleinen Momente ausnehmen, das sind absolut viele gute Momente für mich. Und es ist ja auch, bei mir zumindest so, es ist ja dann auch sehr ein aktives, wie will ich sagen, man muss aktiv auch dazu beitragen, dass es das ist, oder? Es reicht nicht, dass du einfach aufkreuzigst. Ja, genau. Und das ist ja etwas Essentielles, und ich will nicht zu fest darauf eingehen, aber ich bin jetzt vor fast 14 Jahren liiert mit meiner Freundin. Ja. Und bei solchen langen Beziehungen hast du höchst und teufst. Und irgendwann, wenn wir ein kleines Teuf hatten, sind wir dann wie auf einer längeren Reise, vielleicht später mehr, aber es ist wie so, dort haben wir irgendwann mal nicht erklärt, dass du in einer Beziehung, sei das jetzt ein bisschen eine Liebesbeziehung oder so, aber vor allem in einer Liebesbeziehung, wie, dreimal am Tag 90 Sekunden aktiv miteinander sprechen. Mhm. Und das denkt man so, ja, easy, also dreimal am Tag 90 Sekunden haben wir ja eh, wenn du dann auch mal acht bist, dass du wirklich aktiv miteinander sprechen und irgendwas im Handy oder zusammen im Fernsehen oder so, dass du wirklich aktiv miteinander zuhörst und miteinander sprechen, das ist gar nicht so einfach, aber wenn du es dann wie realisierst und machst mit solchen Momenten ist das etwas wahnsinnig wertvolles. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und ich denke es eben grundsätzlich in jeder Art von menschlichen Beziehungen, ähm, es macht halt auch einfach einen Unterschied, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, schon nur, wenn ich mit jemandem gehe, zum Mittagessen, und wir haben einfach, ja nur eine Stunde, aber, wir haben jetzt einfach schnell die Handys weg und reden jetzt einfach eine Stunde miteinander. Mhm. dann ist es eben, zum Beispiel bei einem alten Kollegen von mir, oder so, dann ist das mega viel wert, auch wenn ich den dann ein halbes Jahr nicht gesehen habe, oder ein halbes Jahr nicht wird gesehen, und es tut nicht unsere Bindung schwächen, oder so. Ja. Aber, es ist eben auch ein bisschen Aktives dazu beitragen. Wie du sagst, du musst, du kannst nicht einfach passiv sein, du musst aktiv. Aktiv reden, aber auch zuhören, so wie. Das finde ich, das sind coole Momente. Eigentlich immer. Ja. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was du gesagt hast, aber... Also wieso? Jetzt bin ich schon schockiert gewesen. Das kannst du gut, so in einer, in einer ernsthaften Sache, so einem dann verwirren. Das ist etwas, was du mega gut hast. Ich muss auch jetzt. Kannst du dich erinnern, was du mir mal gesagt hast, weil es glaube ich eine meiner ersten SRF-Aufzeichnungen war, wo wir zusammen im Backstage waren, in der Maske, und dann habe ich mich angelegt und dann hast du gesagt, ich glaube, das machst du noch oft bei frischen Comedians, hast du gesagt, ist das dein Spoonoutfit? Und dann habe ich gesagt, was? Also es ist nicht gut. Und dann bist du so 10 Sekunden ernst geblieben und ich war so verunsichert und dann hast du einfach lachen. Das kannst du wirklich noch sagen. Es sträht mich uhrgestresst dann für 10 Sekunden. Was? Also wie? Also wie? Weißt du, ich habe der Landwirt gerade erzählt, ich habe einen von seinen allerersten Auftritten, wo ich dabei war, und dann hat er mich mega ernsthaft gefragt, aber du schaffst schon noch sonst? Und er hat es immer geglaubt, er hat es nicht checkt, oder? Ich probiere es immer aufzulösen. Ich probiere es immer aufzulösen. Vielleicht habe ich es bei ein paar Leuten nicht geschafft, dann tut es mir leid. Darum, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt schnell ein Gerät oder nuschelt, weil das bei mir auch das Thema ist. Ich musste schnell schalten, bis ich diesen Witz begriffen habe. Aber es ist gut. Nein, mega schön. Ähm. Hast du noch etwas zu dem? Nein, das ist wirklich das, was ich dazu sage wollte. Das finde ich sehr schöne Momente. Absolut. Stört das eigentlich, wenn ich hier das auffalte? Ist das akustisch? Nein, wenn, dann müsste ich das vor dem Mikrofon machen. Dann haben wir noch etwas mehr ASMR-Audio-Experience, oder? Ganz, Profi, ja. Sehr gut. Ah, also jetzt kommen wir zum B. Aha, ja genau, B. Das ist auch sehr gut und das steht für eine, das habe ich fast nicht alles in einen Moment hinein gebracht. Es geht jetzt für die älteren Leute unter uns, ist der Moment, der ist länger her, ist ein Moment gewesen, wo wir ein Album gemacht haben, mit meiner alten Rapgruppe. Figa Ludi. Figa Ludi. Shoutout hier an dieser Stelle. Der Moment, wo die CD geliefert wurde, und darum die älteren Semester, weil die CD das macht mich heute nicht mehr so, wo ich unsere CD, unser Album habe bekommen und das Cellophane aufgerissen. So, von dem Moment, wo du das Cellophane aufreissest und dann die CD rein tust und hörst, was du gemacht hast. Das war ein sehr guter, das war ein unglaublich viel guter Moment für mich. Das glaube ich, weil ich habe es kürzlich mit meiner Freundin und ihrem Vater davor gehabt, dass wir in unserem Business Erfolg fast zu wenig feiern und schätzen. Und gerade z.B. im Bereich Comedy gibt es auch mega wenig, und die CD ist jetzt ein mega tolles Beispiel, wo du dich festheben kannst. Wo du wirklich etwas in der Hand hast und sagst, wow, schau mal. Und das lässt du ja meistens dazu veranlassen, eben irgendwie Stolz, Glücksgefühl, auch mal kurz anzuhalten und sagen, schau mal, was schon erreicht worden ist. Sondern es ist, was ja das Schöne an der Comedy ist, es ist alles nicht materiell. Das heisst, es macht einfach immer Ja. Und das dann zu feiern, ist sehr schwierig. Ja. Das ist schwierig. Ich bin dort zwischen zwei Momenten hin und her geswitcht, und dann den genommen, weil es ein bisschen fassbarer ist. Ich finde es, ich hatte ein sehr ähnlicher Gefühl, wenn du nach der Premiere verbeugst. Das ist der Moment, wo du nehmen kannst, wo du merkst, ich finde es ein sehr ähnlicher Moment. Es verpufft mich, du hast es nicht so erhangen, aber es ist der Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt ist wie der Kreativteil, der Meilenstein von diesem kreativen Prozess abgeschlossen. Aber siehst du, den schaffe ich zum Beispiel nicht. Ja, kannst du nicht. Der Verbeugenmoment ist für mich immer noch, das ist ganz weird, es ist immer noch Teil der Performance in irgendeiner Art und Weise. Ah wirklich? Ja. Ich kann nicht daraus raus. Auch nicht bei der Premiere? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Bei einer Premiere bin ich in meinem Kopf schon an 137 Sachen, wo ich das Gefühl hatte. Ah, das ist nicht okay. Das dort und ah shit, ich bin zu lang gewesen. Zu lang! Das war zum Beispiel die letzte Premiere. Für eine Premiere okay, aber zu lang! Fuck! Zu lang! Aber das ist das genau, was ich meine mit dem Überbegriff, mit der Moral, die ich gesagt habe, dass du manchmal schaffst Momente, es muss ja nicht lang sein, es muss wie, ich probiere das wirklich so bei, perspektivisch auf Comedy bei dem Moment, wo ich zwischen, wenn ich Solo spiele, zwischen Verbeugen und Zugabe, wenn es eine Zugabe gibt. Sagen wir mal, es geht oft! So wie Hurti rauszuschauen, also zu sagen, shit, das ist jetzt, das ist wie, auf die Bühne runterzuschauen, Applaus nehmen und Freude daran haben, wieder rauf nehmen, wieder raus. Das finde ich, so wichtig ist, dass du deine Momente nehmen kannst. Ohne, dass du schon wieder in Zukunft denken kannst, aber wieso in diesem Moment bleiben, auch Hurti schnell das anschauen? Das habe ich nie geschafft. Ich habe sogar, das weiss ich noch, als ich das erste Mal Quatsch Comedy Club gespielt habe, was eben, so ein mega Moment gewesen ist für mich. Und zwar, ich bin fix in diesem Lineup gebucht und ich spiele jetzt eine Woche lang zehn Shows. Das ist so, eben, dort müsste ich wie eine CD haben, wo du dann greifst und sagst, wow, schau mal! Und dort habe ich dann so gemerkt, wow, ich kann nicht mal den Schlussapplaus eben geniessen oder irgendwie so. Ich bin zu fast beschäftigt mit rausrennen, oh, wie sehe ich aus dabei, was mache ich, oh, was ist mit dieser Hand auf einmal, wieso ist die da oben? Und dort habe ich dann wirklich einmal den Schlussapplaus gefilmt. Da habe ich wirklich gefunden, ich muss jetzt, mit dem Handy raus, damit ich eben wie etwas greifbares habe, damit ich dann das anschauen kann und sage, ah, so wäre es. Weil ich schaue nicht mal bewusst in den Raum oder so, es geht besser, aber ich habe es nie absetzen können als, das ist jetzt der Moment, wo nicht Teil der Show ist und da ziehe ich jetzt rein, oder? Ich meine, ich finde es mega schön, jetzt der Sedi hat die Premiere gehabt, und am Schluss ist er mega emotional geworden. Ah, das habe ich gesehen, ja. Bis zum Schlussapplaus, oder? Und ich habe es wirklich angeschaut und ich bin ein bisschen, wie will ich sagen, ich bin eigentlich ein bisschen versuchten, weil ich dachte, das ist mir noch nie passiert. Und ich könnte das nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht aus meinem, aus meinem Performance-Körper raus und das jetzt einnehmen, oder? Ich habe das Gefühl, dort, also, ich würde jetzt gerne sagen, so, so geht es. Aber ich weiss nicht, ich weiss nicht, wie es physisch im Moment funktioniert, so, wie man es schafft, das zu machen. Bei mir hilft jetzt, beim Schlussapplaus, eben dort, wie, dass ich weiss, jetzt muss ich nicht an die nächste Linie denken, oder jetzt muss ich als nächstes. Ich kann ja kurz rausernähen und kann mich dort zusammen wieder reinkommen, aber wie, ja, ich weiss auch nicht, ich weiss nicht genau, wie es geht, ich weiss einfach, seit ich das mache, seit die Momente, es klingt jetzt sehr esoterisch, aber seit die Momente, als solches kann ich, wie sie sind, bin ich viel glücklicher im Leben. Und es ist so wie geil, ich weiss nicht, wie man es trainieren kann, aber je mehr, dass man es macht, desto besser wird man. Aber es ist so wie, die Momente, wo ich extrem cool finde. Aber es ist absolut verständlich, das Cellophane aufliessen, du bist auch für dich zu Hause, du kannst es für dich geniessen. Ja. Viel einfacher, als wenn du noch in deiner Rolle bist. Ja, vor allem, vor allem, also, bei mir ist es sogar so, dass der Schluss, der ist auch noch klar definiert, wie er abläuft. Also weiss, wo dann halt auch noch, es gibt noch eine Cue für einen Song, oder Schlusssang und so, oder? Und ich mache auch nicht mehr, dass mega lange dort stehen und einfach immer Applaus baden. So, oder? Ich habe es mit einem bisschen mal davor gehabt, irgendeine Rockband, also sogar Metalband besser gesagt, ich weiss nicht, ich bin zu wenig in der Materie, ob es Megadeath noch gibt. Sprich, ob die, ob die, ob die Natur, auf jeden Fall eine von den grossen, eben vielleicht Megadeath, hat so wie letztes Konzert gehabt, in, ich glaube, L.A. Find das mal raus, Christoph, ob die Natur, und sonst irgendeine grosse Metalband, die nicht mehr gehurt. Ich sage jetzt mal, so vor fünf, sechs Jahren vielleicht das letzte Konzert in L.A. Und die sind halt auch, ich meine, das weisst du auch als Musiker, oder? Du kannst ja auch im Rap, du kannst ja nicht eben einen Moment geniessen. Du bist am Performen. Du bist okay, das, 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 das. Und dort siehst du so, das glaube ich nach gar nicht, 30 Jahren, wo die umgetuert haben, hat einfach am Schluss, und das ist eben am Ende vor 30 Jahren Touren, einfach der Sanger ist einfach dort gestanden, für fucking zehn Minuten. Und zwar wirklich ein bisschen zehn. Und wenn ich an das denke, dann werde ich emotional, wie wenn ich irgendwie würde, auf der Bühne stehen, selber, vielleicht eben auch bei der allerletzten Show, wo du dann sagst, so, und jetzt schmeissen wir das Mikrofon weg, und jetzt stand ich einfach da, und das ist es gesehen, oder? Denn, aber ich habe das Gefühl, alles andere ist immer noch Teil von der Performance. Aber ja, ich finde es eben manchmal, das ist etwas, wo mich, ein Gedanke, wo mich sehr umtreibt und sehr beschäftigt, ist halt wie, wenn du jetzt aber 30 Jahre lang das machst, und dann ist der Moment am Schluss, und dann hast du ja fast die Momente vorher nicht so richtig genommen. Weisst du nicht mehr? Und das ist ja manchmal eigentlich schade. Und es gibt so ein Gedankenexperiment von so einem Philosoph, oder Unternehmer, von Herrn Dobelli. Fast das Gleiche! Ich weiss nicht genau, ich weiss nicht genau, was er ist, er hat eine sehr philosophische Kolumne gehabt. Ich weiss nicht. Ähm, wenn du mich jetzt fragen, was wäre eine Person, die du noch nicht getroffen hast, so eine, also nicht ein Vorbild, oder eigentlich eine Person, äh, es kann eine fiktive Person sein, es könnte auch, egal was, er braucht, in diesem Beispiel, braucht er Gott, wenn du, was würdest du zahlen, oder nein, was würdest du, sag mal eine Person, die du unbedingt treffen willst, unbedingt, für so 2-3 Stunden mit dieser zu reden. Ja, der Roger. Roger, okay. Ähm, eben Rolf Dobelli braucht jetzt, in seinem Ding, obwohl er, glaube ich, auch nicht gläubig ist, das weiss ich nicht, braucht er Gott, also der Roger. Okay, was würdest du, was würdest du zahlen, quasi Gott. Was würdest du zahlen, für das Treffen? Zahlen? Ja. Ja, zahle ich nicht viel. Okay, also, sag mal einen Betrag, Gut, das funktioniert nicht, das Gedankenexperiment, ja, weil dort bin ich anderer Meinung, ich würde nie im Leben, zahlen wollen, um jemanden zu sehen. Okay. Er braucht halt, ich probiere, das weiter zu spinnen. Roger, muss ich mich sehen wollen. Ja, es tut so blöd. Okay, er braucht dann zum Beispiel, er fragt dann jemanden, jemanden, der gläubig ist, das spielt jetzt keine Rolle, so wie, wärst du bereit für das Zahlen, dann hätte die Person ja etwa 2'000 Franken, wo sie 2 Stunden mit Gott reden können. Ja. Ich wäre jetzt zum Beispiel für gewissen Leute auch so Idol, den ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber den ich mega cool finde, wäre ich auch bereit, im Falle 1'000 zu zahlen. Wieso, 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 ich soll es sagen. Komm raus. Ja, eins von meinen grossen Idols, das ist eben auch ein bisschen kontrovers, ist der Finn Kleimann, das ist ja der deutsche YouTuber. Äh, weil der jetzt, ah, der wo der Skandal kam. Ja genau, der Skandal ist so ein bisschen schwierig. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ich wäre jetzt bereit für 1'000 oder 2'000 Franken, wo nicht mal immer, aber ich wäre bereit für diesen Moment, so viel zu zahlen. Okay. So. Und die Frage vom Dobelli ist dann aber, wie viel wärst du bereit zu zahlen, wenn du dich dann nicht an diesen Moment erinnern kannst? Wärst du immer noch bereit, 2'000 Franken zu zahlen, für die Person zu treffen oder für einen gewissen Moment zu leben, wenn du dich nicht daran erinnern kannst? Ja. Und dort ist eben, kommt es sehr darauf an, wie du eingestellt bist, weil machst du den Moment für einen Willen, für einen Moment selber oder machst, dass du dich dann daran erinnern kannst? Aha. Das ist wie die philosophische Frage dahinter. Und eigentlich solltest du dein Leben so leben, aus meiner Sicht, oder will ich mein Leben so leben, ich will es nicht anderen vorschreiben, dass jetzt die Dinge für einen Moment machen und nicht für die Erinnerung an den Moment. Ja. Weisst du meine Meinung? Absolut. Da habe ich sehr viel gesprochen. Nein, nein, nein. Es macht Sinn. Und ich gebe dir absolut recht, gesehen, bei Stand-up aber einen grossen Unterschied zu, wenn du es im Moment eben, also es ist falsch, natürlich machst du es im Moment. Für mich ist es der berühmte Flow-State, wo Leute irgendwie bei Sport können, oder bei irgendeiner sonstigen Passion, sage ich immer, effektiv Stand-up sind meine Ferien. Ja, genau. Und viel weiss ich ja noch nicht mehr. Ja. Auch wenn ich irgendwie improvisiere und irgendwie noch immer einen Riff mache, oder so. Darum muss ich es ja aufnehmen. Ja, genau. Weil es eben im Moment war. Und ich finde auch immer, eine Comedy-Show ist die geilste, wenn auch als Zuschauer ich dort gesehen bin und ich denke, ich habe keine Ahnung mehr, was gerade alles erzählt worden ist. Ich weiss es nicht mehr. Ja, ja. Dann weiss ich es gut gewesen, weil ich bin eben im Moment gewesen und ich habe nicht überlegt, okay, wo geht das Bett hin, was ist, was ist das Grundthema, was ist der Joke, bla bla bla. Ja. Also bin ich auch voll bei dir. Ja, sorry. Ja, sag nochmal. Das Einzige, was ich dann aber sehe, ist eben das effektive Geniessen. Das ist meiner Meinung nach gar nicht möglich, weil sonst wäre ich nicht mehr ein guter Comedian. Da bin ich voll bei dir. Wir haben letztes Mal schon über das gesprochen. Ja. Wenn du rauskommst und merkst, wo du bist, dann denkst du so, fuck so. Aber eben so kurze Momente kannst du nehmen, ähm, einfach so, darum noch ein bisschen beim Verbeugen, so während des Dings bist du im Flow. Das habe ich auch schon gemerkt, in einem von meinen Meilensteinen, die ich hatte, wo ich sehr emotional war, dort habe ich es während dem Setz kurz gemerkt und dann hatte ich kurz, ganz ein kurzes Blackout, ganz eine Panik, aber dann ist es zum Glück wieder gekommen. Ja. Aber darum denke ich, beim Verbeugen, wie so eine, oder für mich so eine Schutzzone haben, wo ich sagen kann, jetzt geniesse ich es. Weil ich will nicht, dass es mir wie passiert, wie der Luke Mockridge hat doch das mal gesagt, in so einem, in einem Podcast, hat er wie gesagt, er hat wie immer weiter hoch, weiter hoch, weiter mehr, mehr, mehr. Ja. Und dann ist er irgendwie auf dem Topf von dem Gebäude gewesen, dann ist er hochgekommen, auf die Dachterrasse und gemerkt, das ist ja gar nichts so. Ja. Wenn du alles, auf jeden Moment auf Kosten von einem Ziel in Zukunft aufgibst, oder nicht kannst nehmen, finde ich, dann hast du eben die Momente verpasst. Oder eben, das finde ich sehr fest für mich so. Absolut. Aber das glaube ich auch. Ich finde, Zielsetzungen finde ich mittlerweile auch recht schwierig. Weil entweder erreichst das Ziel, und eben dann hast du auch ein bisschen eine Lehre. Ja. Oder du erreichst es nicht, und du geisselst dich wegen dem. Ja. Aber, eben alles, was du bis dahin gemacht hast, und geschafft hast, oder wie du es immer willst definieren, ist wie nichts wert, weil du willst ja nur das Ziel, und das Ziel ist dann, so, fertig. Genau. Erreicht. Ich glaube, ich habe jetzt überhaupt nicht so so zu tun, als du das nicht hörst, aber ich finde, das ist wie die Moral, oder dort probiere ich, wie die Momente zu nehmen. Absolut. Und dann ist aber eben, um zu dieser CD zurück zu gehen. Ja. Ja. Ist es eben schön, wenn in irgendeiner Art und Weise so ein Moment sich materialisiert. Absolut. Weil das, ist ja jetzt einfach die CD, der Moment, wo du das Telefon aufriessest, mega geil, aber die CD, die gibt es immer noch. Und das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach der Bestand von deinem Leben. Ja. Es klingt nicht so blöd, aber du kannst das herstellen. Genau. Mit Erinnerung, kannst du wirklich, auch ein bisschen wie so als, als, ja, eben als materialisierte Erinnerung, Erinnerung, kannst du sagen, schau mal, das habe ich gemacht. So. Und das ist schon geil. Das ist einfach, darum sind wir uns ja eigentlich einig, absolut, das ist einfacher jetzt bei einer physischen CD als bei einem eben einem Konzert oder bei einem Comedy-Auftritt. Voll. Wichtig ist aber, jetzt habe ich noch, das ist der kleine Moment und das ist wirklich so stellvertretend für den grössten Moment so, wo ich probiert habe, alles reinzufassen. Und eins von meinen absoluten Lieblingsgefühlen auf der ganzen Welt ist, ist wie, wenn du es schaffst, etwas, was in deinem Kopf ist, irgendeine Idee, und du dann im Moment, wo du das Zellophan aufreissest, merkst, vor drei Jahren hatte ich diese Idee und jetzt ist es real. Und darum vergleiche ich es mit einem Verbeugen bei einer Comedy-Show so ein Moment, wo etwas, wo du dir im Kopf vorgenommen hast, real wird. Und dort finde ich mega wichtig, das kann so etwas Grosses sein, also für mich Grosses, wie ein Album produzieren, oder ganz, ganz kleine Momente. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich zuerst diesen nehmen soll, wenn ich, manchmal nehme ich mir vor, im Sommer, so am Morgen, bevor ich mit dem Kaffee trinke, mit meiner Freundin aufzustehen, richtig früh zu joggen und dann noch in die Aare zu baden. So etwas ganz Kleineses, was du für einen Tag wie, das nimmst du morgen vor. Und schon dort, wenn ich dann dort stehe, und meine kleine Runde habe gemacht, und so mit den Füssen im Wasser stehen, und merke, jetzt ist genau der Moment, wo ich mir vorgenommen habe, als Idee in meinem Kopf gestartet, das zu realisieren, das finde ich, das ist eigentlich der eigentliche Moment, wo ich da ansprechen will. Das finde ich so ein gutes Gefühl. Also Ideen haben und zu sehen, wie die real wird in diesem Moment. Ja, und das ist das, was wir mit Sven besprochen haben. Das sehe ich ja mit einzelnen Jokes oder Ideen. Genau, das ist genau das, ja. Vor Bits. Ja. Weil es genau das ist, oder? Ja. Das ist dann der Moment, wo du das Gefühl hast, wow, da ist jetzt wirklich etwas passiert. Ja. Weil einfach irgendein dummer Gedanke an einem Tag, wird irgendwann auf der Bühne von Dutzenden, Hunderten Leuten bestätigt, muss ich sagen. Wir denken auch so. Ja. Weil wenn das nicht der Lacher ist, dann denkst du, okay, ich bin der Einzige. Ja, genau, ja. Aber dann hast du auf einmal das Gemeinschaftsgefühl, weil sie ab deinem absurden Gedanken, wo du irgendwie hast in eine Joke verpacken, lachen, denkst du, ah, wir sind dann gefällt. Genau das Gefühl, das ich beschreibe. Genau das. Und ich finde, das ist so adaptierbar auf ganz viel, auf ganz grosse Sachen, auf Lebensziele, wo du dir stellst irgendwie, oder auf ganz kleine Sachen, wo du sagst, hey, heute gehen wir mal aus, heute will ich genau dort auf dem Bänkli ein Glas gegessen, wo ich mir selber auslese. Und für mich ist das Gefühl sehr ähnlich. Natürlich ist es dann manchmal so ein bisschen skalierbar, aber so etwas, was du in deinem Kopf hast und dann machst du es real. Ja. Das finde ich so, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Das finde ich so ein gutes Gefühl. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgefühle auf der ganzen Welt. Ich finde, das philosophische Experiment, das du gesagt hast, finde ich noch spannend. Ob jetzt der A meint, Erinnerungen sind etwas nicht Gutes, oder? Ich muss allgemein sagen, also ich kenne ihn, ich habe ihn nie getroffen, ich habe einfach sein Buch gelesen und meine Schwester mit seinen Texten auseinandergesetzt. Und er ist sehr kontrovers. Also in gewissen Sachen finde ich, bin ich überhaupt nicht seiner Meinung. Und dort ist es auch so ein bisschen unklar. Und aus solchen Texten versuche ich immer für mich etwas auszunehmen, was ich finde. Und das, was dort essentiell ist, finde ich eben, dass er, er tut etwas sagen, Erinnerungen, wenn du es nur für die Erinnerung machst, ist es etwas schlecht. Und das finde ich natürlich auch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Aber was ich dort daraus nehme, ist, dass ich finde, dass du Sachen auch machen kannst, wenn es nur für den Moment ist und nicht nachher die Erinnerung bilden muss. Ich glaube, das ist das, was ich daraus nehme. Ich weiss nicht, ob er es so meint, aber das, was ich cool finde. Das verstand ich. Aber mit mir ist eingefallen, das habe ich sicher schon mal in einem Podcast erzählt und ich mache es jetzt ganz kurz, dass ich einmal, eben wegen dem Moment zu sein und zu geniessen und so, im Bernhard Theater, Mixed Show, und dort habe ich ganz frisch das 079 gehabt. Und ich habe irgendwie, so für mich persönlich habe ich so ein Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, okay, du hast hier schon zwei, drei Mal Auftritte gehabt. Die sind zum Teil gut gesehen, aber mein Ziel, das ich an mich selber dort gesetzt habe, und es wirklich ein bewusstes Ziel eben gesehen, sehr kurzfristig, habe ich gesagt, heute will ich killen. So, ich will das Gefühl erleben. Ja. Und ich habe gewusst, ich habe das Material dazu, jetzt muss ich noch Energie dazu bringen und irgendwie sollte das dann funktionieren. Ja. Und dort habe ich irgendwann einen Zwischenapplaus bekommen, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, wow, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ja. Aber ich habe es ja nicht geniessen in diesem Moment, weil ich dann eben gefunden habe, so und nächstes Bit. Bam, 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 bam. Und dann aber bin ich irgendwie, wirklich zwei oder drei Wochen später, bin ich auf dem Velo so und denke an den spezifischen Applaus zurück. Und ich habe, es ist Sommer gesehen, ich hatte ein T-Shirt angehabt und ich habe Gänsehaut gekriegt. An Gogo. Also, dass ich wirklich fast dachte, ich muss kurz anhalten oder so. Ich bin so euphorisch und so geflasht gesehen. Und dort denke ich dann, mega geil, dass ich die Erinnerung habe. Unbedingt. Ja, voll. Also, das finde ich ja mega wichtig. Ich glaube, das haben wir schon zusammen mal sogar diskutiert, in diesem Podcast. Aber deswegen, darum bin ich noch nicht ganz von seiner Meinung, weil ich finde, wenn du dich erinnern kannst, aber wenn du dann sogar Gänsehaut bekommst und dich so in diesen Moment reingehen kannst, dann merkst du, oh shit, das war schon richtig geil. Ja, sonst wäre es so Men in Black mässig. Sonst nimmst du einfach das Blitzding. Ja. Du kannst jeden Tag einfach im Moment leben und so machst du Psch. Ja. Es wäre natürlich schade, aber es geht ja mehr um so ein Experiment. Aber ich finde, wenn du etwas gemacht hast, das gilt für mich das gleiche Gefühl, wie du dir vorgenommen hast. Es sind kleine Sachen oder grosse Sachen. Wenn ich jetzt noch an diesen CDs vorbeilaufe, darum ist das Gefühl noch da, denke ich so shit, das ist wie manchmal so ein Klarheitsmoment. Das habe ich gemacht oder das habe ich mit meinen Freunden zusammen gemacht. Das ist wie geil. Das haben wir uns ausgedenkt bei einem Bier und dann haben wir lange dafür gearbeitet und dann hast du es wie in deinem Hang. Das ist schon, das ist etwas, was einfach in deinem Kopf war, wo niemand, der Terrat, wo einfach in deinem Kopf war. Ja. Plötzlich hast du es in deinem Hang. Es geht um das. Und da finde ich, brauchst du dann auch die Erinnerung zum wie, äh, können sagen, hey fuck, und der Mensch ist ein einfaches Geschöpf, äh, dass, dass dann halt eben etwas, wo das materiell symbolisiert, dass das halt eben wie griffbarer ist. Und das habe ich eigentlich gemeint, wo wir jetzt am Anfang bei dem Thema gesehen sind, dass, dass wir das wie zu wenig zelebrieren, oder? Ja. Ähm. dass wir nicht Prise sind oder irgendetwas, aber, ich meine zum Beispiel der René, der Vater von Tim. Ja. äh, wo er lang, lang, äh, bei Keep Cool und früher noch in, äh, äh, Plattenfirmen geschafft hat, oder so. Ja. Da ist mega gut, eben so Erinnerungen, oder so Momente. Ja, das stimmt, ja. zu materialisieren. Dass irgendwie zum Beispiel einmal sind, er und der Tim sind John Cleese gehen, und dann hat er halt wirklich so eingerahmt, hat er die Tickets irgendwie hinter einem schönen Glas und irgendwie John Cleese oben, und dann hast du wirklich noch etwas dazu als Erinnerung, oder? Und ich meine eben auch so etwas wie ein Plakat oder so. Ich habe es immer noch nicht gemacht, aber ich will in mein Büro, weil ich eigentlich alle Plakate von den bisherigen Solos, weil ich einfach so klein will ich einfach mal aufhängen. Dass du einfach die immer wieder anschauen kannst und sagen, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Dass man das nicht vergisst in dem Ganzen. Ja. Das machen wir, aber manchmal habe ich das Gefühl, weil man nicht will, überheblich oder arrogant sein. Genau. Felix Lobrecht hat das auch mal in einem Interview gesagt, so, man muss auch manchmal gut von sich selber reden. Man ist immer reflektiert und selbstkritisch, weil sie extrem, extrem löblich finden. Und trotzdem finde ich, manchmal darfst du ja auch das selber feiern. Und du musst, sonst geht das nicht verpufft. Und wir machen das zu wenig. Ja, das machen wir. Ich glaube, das ist so, das machen wir. Und dann kennen jetzt die Comedy-Szene auch viele, wo dann eben, wie du vorhin gesagt hast, so nachher denken, ach shit, dort bin ich zu lang gewesen, das habe ich besser machen können. Und dabei darf man sich eigentlich manchmal sagen, hey, das ist jetzt wirklich, von dem habe ich geträumt, das habe ich jetzt gemacht, das ist doch geil, habe ich das geschafft und du musst es ja nicht, das hat eben nichts mit Arroganz zu finden, das ist einfach wie mit, hey, das ist jetzt cool. Und dann kannst du wieder in die Kritik gehen, aber so wie sagen, hey, fuck, das ist jetzt richtig gut gewesen, dass ich das geschafft habe. So. Jetzt machen wir zu wenig. Das machen wir viel zu wenig. Und zwar, weisst du, irgendwie in einem normalen Job, wenn du, äh, ich sage jetzt mal, eine Beförderung kriegst. Mhm. Machst du es aber auch. Aber sicher machst du es aber auch. Ja? Ja, hast du mir nur die Bitte sind gekommen, sorry. Und du schreibst es allen und sagst, hey, ich bin befördert worden und alle gratulieren und eben vielleicht gehst du noch essen. Oder eben machst du ein Apero. Irgendwie. Mhm. Und ich bin zum Teil auch, denke ich so, ich bin so im Daily Business, dass irgendwie, ja, kommt der Auftrag rein, okay, trägst du ihn ein und that's it. Mhm. Und eigentlich schon nur, dass der Auftrag rein gekommen ist, müsstest du sagen, geil, ich kann dort Solo spielen. ich kann das dort machen. Und. Mit deinem Traum, Geld verdienen. Genau. Dass du das wie vor Augen führst, das ist jetzt wirklich passiert. Mhm. Es ist wie, es ist jetzt wirklich passiert. Und das finde ich, das muss man unbedingt zelebrieren. Und ich finde, das ist eben überhaupt nicht überheblich oder arrogant, wenn man so sagt, das ist jetzt wie passiert, sondern du tust ja, wenn andere dann das zelebrieren, dann findest du auch, hey, hey, weisst du, wie, wie, wie der Joel hat das gemacht. Ich finde das geil. Ich mag ihm das gönnen. Wenn du, wenn du, wenn du dorthin kommst, dich selber zu zelebrieren, dann verschwindet oft auch, finde ich, Neid und Einversucht verschwindet. Du, du kannst dich dann mit anderen Augen viel mehr freuen, wenn du es für dich selber so kannst. Und darum finde ich, man sollte es unbedingt mehr machen. Absolut. Absolut. Haben wir, haben wir etwas mitgenommen. Ja. Aus dem Moment. Es ist unglaublich deep, was mir hier berät. Okay. Vielleicht muss ich noch sagen, stellvertretend aus einer Idee etwas machen, ist natürlich auch, der Moment, allgemein kreatives Schaffen, das ich extrem liebe. der ganze Prozess, weil du eben das Zellophan aufreisst. Ja. Alle ersten Ideen, ähm, es gibt bei der Erzählung, die ich spezifisch da denke, bei diesem Album, ist wirklich der Prozess, dass wir zuerst, äh, jede Woche, einmal ins Studio haben, Bier getrunken, sorry, einfach rausgekommen, Songs rausgekommen. Wir haben sicher, weisst du, 30, 40 Songs gemacht. Und dann nach einem Jahr, haben wir zusammen, zusammen, so, und dann sind wir hinterher, und dann mit Grafik, und Pressefotos, und dann eben die Covers noch machen, oder, die wir zum Album, oder zu haben gehört, ist so, ist so ein Karton, ist so glänzend, ist so, die ganze haptische Thematik, die dort in Alben, Musikalben hat reingespielt. Und dann hast du den ganzen kreativen Prozess, den mit deinen, wenn ich spezifisch mit meinen zwei Homies, dann einfach gestritten haben, uns gefreut haben, gestritten, gefreut, verworfen, äh, dann am Schluss, nach dem ganzen kreativen Prozess, tust du das Album auf, und das ist wie, einfach auch stellvertretend für kreatives Schaffen, finde ich, egal welches Genre, egal was du machst, finde ich so richtig etwas Gutes, viele gute Momente. In dem Punkt beneide ich die Musik massiv, und habe auch die grösste Angst davor, selber so etwas machen zu müssen, weil der Neid ist, dass eben, du wie diesen Prozess abschliessen kannst und dann am Schluss etwas hast. Ja. Und, bei einer Premiere von einem Solo bist du ja trotzdem nicht fertig. Genau. Du bist auf das Premiere-Datum. Das stimmt, ja. Und sogar, wenn du eine solche Niere hast, das ist mir immer so gegangen, denke ich so, fuck, vor zwei Shows habe ich noch diesen neuen Joke drin, und habe nochmal einen Callback, und ich habe das Gefühl, ich würde jetzt noch mehr aus dem raus holen können. Ja. Und dann hörst du es aber so, oder? Und es ist eigentlich wie so nie, eben selbst mit einer Dernière, es ist nie ganz fertig. Aber, das ist auch das, wo ich über alles liebe, und wo mir eben so Angst machen würde, zu sagen, so wie es jetzt ist, so wird es immer sein. Das, 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 das gibt bei mir so ein bisschen Anxiety, weil ich so denke, oh, ich habe in einem Film mitgespielt, oder? Und der ist jetzt 10 Jahre alt, jetzt ist er gerade auf Play Suisse gekommen, Kurze Werbung. 20 Regeln für Sylvie. Das ist gut, ziehen wir rein, habe ich noch nicht gesehen. Und natürlich schaue ich das, und denke so, boah, da hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das würde ich heute anders machen. Weisst du, und es ist einfach so. Ja. Und es ist immer so. Das ist, das ist wie, das muss ich sagen, das ist wie der Horror dran. So. Vor allem, wenn du in einer Gruppe bist. Ja. In unserem Fall sind es drei Jungs gewesen. Ähm. Und dann bügelst du zwei Jahre, sagen wir jetzt in dem Spezifisch, auf einmal zwei Jahre, eben das erste Jahr lockerflockig, und dann ein Jahr hart geschliffen und fertig gemacht. Und irgendwann musst du einen Kompromiss sagen, und so, kommt der Song jetzt auf dieses Album, das diese Farbe hat, diese Haptik. Ja. Und das ist dann einfach so. Und es gibt auch jetzt, ähm, und du hast deine Songs bis zu diesem Zeitpunkt so viel gehört. Weisst du kannst es gar nicht mehr, das ist wie mit den Gags so. Irgendwann verlust du ja auch vielleicht ihren Point, du merkst, dass es fast nur noch Apparater ist, dann musst du wieder so rauszoomen, sagen, hey, jetzt muss ich es wieder natürlich erzählen. Aber du verlust dich so drin. Und dann hörst du es zwei Jahre später, und auf diesem Spezifischen Album hat es eigentlich eine einzige Stelle, äh, zwei Sachen, eine einzige Stelle, wo ich finde, das ist echt, das hätte ich anders müssen sagen, das hätte ich, warum habe ich das so gerappt. Und dann denkst du auch so, dann ist es ja noch so mit der Reihenfolge, weisst du, in welcher Reihenfolge stimmst du Songs rein? Absolut. Und dann denkst du so, das würde ich jetzt anders machen, oder scheiss mich an, dass es jetzt so ist. Und das ist wie, das ist halt dann der Nachteil daran, du hast es zwar fertig, du kannst es wie abschliessen, ja, ja, irgendwann wird dir etwas auffallen daran. Und das perfekte Album, wo du sagst, das ist auf alle Ewigkeit gut so, ich habe das Gefühl, es gibt keinen Künstler, der das so schafft, das abzuschliessen, oder keine Künstlerin. Nein, aber ich glaube, in der Gruppe, die Beatles haben ja den Ansatz gehabt, wenn es dein Song ist, dann machst du ihn auch. Ja. Und du nimmst dir die Hilfe von den anderen. Ja. Und Paul McCartney sagt das mal zu, ich glaube, Hey Jude ist der Song, das habe ich auch fertig machen müssen. Weil, er nimmt dann ein Beispiel und sagt, stell dir vor, der Ringo hat das dann gemacht, oder? Mhm. Der hat völlig anders getötet. Es war dann gesagt, Hey Jude, weißt du, in der Rift dazwischen. Don't make it sad, weißt du so. Und er sagt, dann hat es für ihn nicht mehr gestimmt, oder? Obwohl es eben seine Idee war und wo es dann halt herangeht, hat dann nicht mehr mit dem zu tun, wie es in seinem Kopf war. so. Und das ist aber oben wieder geil, und das finde ich wieder an dem ganzen Szenario, das wo es eigentlich beschreibt, der ganz kreative Prozess, wo sehr viel auch mit Zufall zu tun hat. Du schreibst ja oft mit anderen Leuten zusammen, der hat ja von der Schreibferien gesprochen und so, wo dann plötzlich ein Ping-Pong entsteht, dann geht es dort so weiter. Aber das ist das, was ich zusammenfasse in diesem kreativen Prozess. Du hast einmal eine Idee, dann sagst du, ich werde eigentlich ein Album machen, und dann geht der ganze Weg, wo es so holprig ist und so geil, und am Schluss machst du den Cellophane auf, oder am Schluss hast du vielleicht eine Daniere, oder einen neuen Gag, oder sei es nur ein Gag. Und dieser ganze Prozess finde ich so, das ist an sich ein riesen Feel-Good-Moment, so das wie, das dürfen sie machen, das kreative Arbeiten, so. Und aus einer Idee, etwas, etwas zu machen, wo dann in dieser Welt existiert. Mega. Kann ich so unterschreiben? Du merkst, das ist ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt. Das ist wirklich... Nein, ich hätte gemerkt, ich könnte jetzt auch noch mehr dazu sagen, und wir würden wahrscheinlich irgendwann auch so ein bisschen im Kreis drehen. Ja. Aber ich finde, wir haben es gar nicht so schlecht auf den Punkt gebracht. Wir sind ein wenig abgeschweift, aber wir haben es wie auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, vielleicht auf drei Punkte. Du kannst gut moderieren, das ist etwas, wo du gut kannst. Ich mache jetzt wie, zelebrieren, gute Momente zu zelebrieren. Du kannst das wirklich, das ist etwas, was du gut kannst. Weisst du was, auf das mache ich nachher im Zug, mache ich eine Prosecco auf... Ja, auf die kleinen Momente, ich sage es im Fall. Es ist wie, das Leben ist gut, wenn man die kleinen Momente zelebriert. Also, wir hatten B und D, jetzt hast du noch A, C und E. E, C. C. Und das ist jetzt halt ein sehr neuer und das ist ein ganz, ganz, ganz frischer Moment. Wir haben es vorher angehört, ich bin Vater geworden. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, dass es ein wahnsinnig feel-good-Moment für mich ist, wenn meine frisch gebackene Tochter, wenn ich auf dem Sofa sitze und sie auf meiner Brust schläft. Das ist ein wahnsinniger, ein wahnsinniger feel-good-Moment. Sie ist so klein, zerbrechlich, sie ist überhaupt nicht überlebensfähig und sie vertraut mir und tut auf meiner Brust schlafen. Das kann ich wirklich echt. Erstmal bin ich zwei Stunden dort gehockt, und ich habe es irgendwie angeschaut, und ich bin dort, sonst muss ich immer etwas machen, und ich habe es einfach einfach anschauen können und sie hat dort geschlafen. Das ist ein wahnsinnig feel-good-Moment. Das höre ich noch oft von, ich sage jetzt, Menschen mit einer Energie, ähnlich wie die anderen. Ja. Dass ein Kind dann eben hilft, einfach die Sachen komplett sein zu lassen, was sonst nicht möglich gewesen ist. Dass man immer eben irgendwie an etwas dran ist, im Kopf und so. Und dass dann auf einmal so einen Moment stärker werden und so eine positive Gleichgültigkeit kriegt, anderen Sachen gegenüber. Absolut. Das würde ich jetzt zum Beispiel zu 100 Prozent, die positive Gleichgültigkeit würde ich jetzt zu 100 Prozent unterschreiben. Ja. Eines von den Ersten, was ich gemerkt habe, als ich die Tochter auf dem Arm oder auf der Brust hatte, ist, ich bin ein sehr, sehr umtriebiger Mensch, eigentlich schon nur in meinem Kopf. Ja. Und ich bin auch sehr schwaffli, weißt du, ich lasse viele Züge fallen, und ich bin wie so oft angespannt und so. Die Fussbewegungen, die Restless Leger, auch solche Züge, das habe ich einfach. Ja. Und etwas, was mir jetzt sofort aufgefallen ist, ich bin auch sehr ungeduldig. Und was mir meine Tochter zu 100 Prozent beibringen wird, ist Geduld. Und ich merke das bei ihr, und das ist meine Partnerin zum Beispiel so sehr erstaunt gewesen, mache ich die Züge dann langsam. Ich kann das wie nach langsam machen und geduldig. Sie tut dann, wenn ich sie wirklich immer das Bein strecke, dass ich die Windeln nicht anlegen kann. Und in jeder anderen Situation in meinem Leben würde ich sagen, also weisst du, ich muss das nicht machen, hör jetzt auf. Und dort mache ich sie, rede mit ihr und bin ganz ruhig. Ich habe nie gedacht, dass es eine Situation gibt, in der ich so geduldig sein kann. Das bringt sie mir jetzt einfach schon bei. Das finde ich wahnsinnig schön. Und was ich bei mir selber schon gemerkt habe, ich meine, habe ich ja keine eigenen Kinder. Ich habe das schon nur mit den Kindern meiner Freundin. Das irgendwie, ich bin mal mit ihrem Sohn, also nicht mal mit ihm, sondern erst zum Velo fahren. Sprich, ich konnte es noch nicht ganz und ich habe ihm so ein bisschen versucht zu helfen. Und was ich dann auch gemerkt habe, ist eben die Aussenwelt sonst, wo aber eigentlich sehr präsent im eigenen Kopf ist, dass alle diese Sachen, wenn ich alleine zu Hause bin, dann habe ich schon eine To-Do-Liste. Aber die To-Do-Liste wird innerhalb von einer Stunde doppelt so lang. Unglaublich. Ja. Ich sehe hier noch etwas und denke, aber das muss ich auch noch. Und so. Und alle diese Sachen, in solchen Situationen, sind die einfach nicht vorhanden. Absolut. Einfach weg. Mhm. Und oft hast du dann irgendwie, selbst wenn du das Handy dabei hast, ist es einfach egal. Und es könnten auch 37 Nachrichten reinkommen. Ist doch egal, ja. Und zwar wirklich egal. Und in jeder anderen Situation denkst du dann, oh, 37 Nachrichten, ich muss vielleicht schnell schauen, was ist irgendetwas. Das ist wirklich unglaublich. Das finde ich, genau so würde ich es beschreiben. Der Fokus ist wiegt an anderen. Und eben, ich will nicht sagen, ob mein Kind will haben oder nicht. Es ist allen selber überladen. Und ich würde jetzt auch nicht, mir auf eine allgemeine Aussage auslassen, oder auch sagen, ein Kind ist das Beste von der Welt. Wir finden, das stimmt doch nicht für alle, und das stimmt auch nicht überall. Wir haben es jetzt wirklich gemerkt, weil ich auch ein wenig Respekt hatte vor diesem Vater zu werden, wo ich sonst mit Kindern extrem schüch bin. Weisst du, wo nicht meine Kinder waren. Ich habe ein paar gute Kinder, wo ich mega Draht habe. Wie viele hast du? Vier. Vier? Hast du mich sogar geschlagen. Ja. Und auch so ein Nicht und Neffen, wo ich wirklich einen guten Bezug habe, aber ich bin extrem schüch gegen Kind. Und vor dem habe ich ganz ehrlich, Respekt gehabt, bevor ich meine Tochter an ihren Arm geschlossen hatte. Weil es ja auch Themen gibt von Leuten, Väter und Müttern, die nicht Traht haben, zu ihren Kindern, die sie länger brauchen. Und dann so Geschichten mit Postnatal, Repression etc., wo du wie deine Vater- oder Muttergefühle nicht aufbauen kannst. Und ich hatte so Respekt, dass ich es als fremden Körper betrachte, um mich nicht so trauen, anzulängen. Und für mich persönlich war das ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich mache das einfach. Oder ich war wirklich von Anfang an zack drin gewesen. Und die Scheuche, ich war nicht das Scheuche gegenüber meiner Tochter und das habe ich mega cool gefunden. Aber es ist ein extrem individuelles Thema. Aber der Fokus, den ich jetzt habe. Nicht, dass ich alles andere vergessen. Ja, ja. Ich bin ja hier bei dir. Die ist ja nicht in der Nähe jetzt. Aber der Fokus, den ich habe und die Geduld, die ich mit dir anlege, wenn sie auf meiner Brust schlafen, das finde ich absolut einen feel-good-Moment. Das glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann so auch anders herbeiführen. Natürlich mit anderen Fokus, wenn du in den Flow kommst, das ist wie, das kann schon mit anderen Situationen herbeiführen. Aber das ist wie, ich glaube, dort ist es so wie das Vertrauen, also unterbewusstes Vertrauen, weil sie keine Möglichkeit hat. Aber wenn sie dann das Köpfchen so drauf legt, und einfach pennt, das ist wie, das ist unglaublich schön. Ja, und ich glaube, es ist schon etwas anderes als Flow-State. Weil Flow-State ist ja oft eben durch Aktivität ist man in diesem Moment und da ist sie eigentlich durch Nicht-Aktivität höchstens ein aktives Geniessen. Blöds Wort, aber es ist effektiv, dort ist es wirklich der Moment. Ja. Und du hörst vorhin anfingen, das trifft es schon an, wenn du vorhin gesagt hast, positive Gleichgültigkeit. Ja. Das finde ich extrem schon beschrieben. Ja. Das ist das, positive Gleichgültigkeit. Die habe ich auch im Beruf. Ja. Ja. Das stimmt. Das ist wirklich, das ist abgeworfen. Kürzlich haben wir ein Projekt geschafft und danach hat wirklich, es haben alle angeschissen, weil einfach so Vorzeichen sind nicht gut gewesen. Und ich habe das irgendjemandem gesagt, von der Crew, habe ich gesagt, hey, ich habe eine positive Gleichgültigkeit. Ja. Und es ist dann so, über die vier, fünf Tage, die wir haben zusammenarbeiten, ist das so ein Motto geworden. Geil. Es ist wirklich, es war recht schön, weil es eben so ein Gemeinschaftsgefühl gab. Alle sind dann so gekommen und haben gesagt, hey, was du vor drei Tagen gesagt hast, positive Gleichgültigkeit. Ich spüre das jetzt voll. Geil. Sehr gut. Und es ist, eben, es ist nicht, es ist mir scheisse egal, es ist wirklich mehr so, ein bisschen lockerer. Ja. Easy nehmen. Ja, voll. Das finde ich, ja. Wie man zu bauen sagt, easy nehmen. Easy nehmen. Also, angliessisch muss ich als, nimm's kühl, würde jetzt die ältere Generation sagen. Ja, sehr gut. Nicht aufstehen, nimm's kühl. Das ist wie, easy. Mal zurückschreiben. Alright, jetzt haben wir noch A und E. Jetzt haben wir noch A und E. Genau. A. A. Das ist jetzt eins, was ein bisschen aus der Rolle fällt. Der Moment ist der Moment, wo ich mein Lieblingszitat aus meinem absoluten Lieblingsbuch gelesen habe. Oh. Und das Zitat, es ist wirklich, man muss es beschreiben, ich glaube, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, es ist wie ein Kapitel, das mega wichtig ist in diesem Buch. Also so wichtig, wie es kann sein. Und eine Abhandlung, es ist mega viel streng, dort zusammen in diesem Kapitel, wo es so ein Dialog von einem Richter, der etwas entschieden hat und so. Und es ist wirklich, dort schlüsselt sich extrem viel auf. Und der letzte Satz... Was ist die Türematte? Nein, nein, ich sage es nicht. Okay. Der letzte Satz von diesem Kapitel ist echt random eingeführt. Also es geht um einen Richter, der wie am Strand liegt und seine Assistentin, der ein Verhältnis mit ihr hat, immer so sagt, hey, der hast gehört auch diesen Fall, das Urteil ist jetzt vollstreckt worden. Aber es ist etwas passiert, wo ein Paarer flüchten kann und das kann zu unglaublichen Problemen führen in Zukunft und so. Und sie führen einen unglaublich wichtigen Dialog am Strand. Und der letzte Satz von diesem Kapitel ist einfach, und ein Zauberer spazierte am Strand und niemand brauchte ihn. Du gehörst vorher und nachher nie mehr etwas von diesem Zauberer. Es ist so offensichtlich, dass es die Geschichte auch nicht braucht, aber er wird erwähnt. Ja. Es war wirklich das erste und einzige Mal, als ich zehn Minuten gelacht habe, in einem Zitat im Buch. Ich bin fast verreckt. Es ist so... Es kommt aus dem Nichts. Es kommt wirklich aus dem Nichts. Und das finde ich, das war ein wahnsinniger Feelgood-Moment, wo ich das Buch gelesen und diesen Satz gelesen habe. Ja. Also welches Buch ist es? Es ist der dritte Band von Peranhalter durch die Galaxis. Ah! Es ist ja ein Douglas Adams, der Autor, hat ja gesagt, es ist eine fünfteilige Trilogie. Ja. Douglas Adams' Selig. Und das ist der dritte Teil und es ist, also auf Deutsch gelesen, ich kann es nicht in der Originalsprache lesen, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Und dort geht es um ein Urteil von den Soldaten von Cricket, die verurteilt wurden. Es geht zu lange, ich kann nicht alles erklären. Und das Zitat dort zeigt genau den Humor von diesem Typ. Und das ist so, ich persönlich, wenn du ein bisschen Science-Fiction gerne hast und so einen leicht abgefuckten Humor wie ich, dann ist Hitchhiker's Guide von der Galaxis das beste Buch, das je geschrieben wurde. Ja. Und es hat ja von dem geheissen, es sei das einzige Buch, das man nicht verfilmen kann. Und es ist ja dann verfilmt worden. Ja. Und die Verfilmung ist so okay. Die ersten paar Minuten finde ich gut, weil sie sehr nahe im Buch sind. Ich finde auch der Cast mit dem Martin Freeman, glaube ich, und mit dem Mostaff als Fort Prefect sehr gelungen, finde ich. Ähm, aber dann merkst du so, wo, 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 so die Filmemacher innen, dann drei Droppen mit ihren Ideen, du merkst, es ist nicht der gleiche Verstand wie er hatte. Ich hatte das Gefühl, die Einzigen, die es wirklich hätten können, wären Monty Python gewesen. Weil sie auch Homies gewesen von Douglas Adams, die sind, die sind, die sind, die sind zusammen, die sind zusammen unterwegs gewesen und die hätten es vielleicht können. Ja, so die Identität, wo, wo, ein Buch hat, das irgendwie zu übertragen. Ja. Weil ich habe, ich habe schon, und das ist, äh, schon sehr kontrovers gewesen, ich habe eine Art Comic davor gelesen. Vom, 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 vom Hitchhiker's Guide? Wirklich? Es gibt ein Comic? Yes. Okay. Und? Ich bin noch recht jung gewesen. So. Und ich habe eh nicht alles gecheckt. Und irgendwie, weiss ich noch, dass eben so, in der Familie und ich glaube, sonst irgendjemand hat es eben so gesehen, hm, nein, das musst du als Buch lesen, weil eigentlich schon nur, dass das jetzt eben so verbildlicht wird. Ja. In einzelnen Comic-Bildern Ja. Ist eigentlich schon zu viel. Eigentlich muss es in deinem Kopf bleiben. Ja. Und du musst, du musst dir dieses eigene Bild machen. Mehr als bei, keine Ahnung, Lord of the Rings, sind ja alle Fans begeistert gesehen, dass eben die Essenz, wirklich auch auf die Leinwand, Ja, das habe ich geschafft. Absolut. Übertragen werden, dass alle, wie sich sie sich vorgestellt haben, so hat es dann auch ausgesehen. Weil es halt auch im Buch so beschrieben worden ist. Und Hitchhiker's Guide to the Galaxy ist mehr Fantasy in deinem eigenen Kopf. Ja, das stimmt. Aber ich finde darum, ich bin sehr vielversprechend gewesen, weil sie diverse Sachen, wie eben zum Beispiel das Cast von diesen beiden, von den Hauptaktoren, gut getroffen haben. So auch sein Haus und die Szenen gerade am Anfang mit der Bulldozer, das ist wirklich, oder in dem Pub, wo sie nachher sind, das ist wirklich gut gemacht. Aber der Ford Prefect mit seiner unglaublichen Gleichgültigkeit als Charakter, ähm, wo laissez-faire Attitüde ist extrem gut mit dem Mo Staff besetzt gewesen. Es ist wie, wo die Vogonen haben sie gut gemacht, die ganze Szene dort, wo sie nachher rausgeschossen werden. Und dann plötzlich fiel es auf, und das hat mich wie schadet. Ich glaube, das ist wirklich das Problem. Das Buch, das was das Buch ausmacht, ist ja wie, dass es unglaublicher Nonsense ist. Ja. Unglaublich. Und so die Abschweifungen vom Autor und dann gleich noch easy Science Fiction und so abgespacede Theorien, die am Schluss irgendwie gleich aufgehen. Mhm. Und dann das in einer unglaublich schönen Sprache. Mhm. Also ich kann jetzt nur von deutschen Übersetzung reden, das ist eine sehr gute deutsche Übersetzung. Aber es ist einfach so gut geschrieben und weißt du, ausschweifend schön geschrieben unter Berücksichtigung von allen Fällen, von der schönen literarischen Fassung, aber echt Nonsense. Es ist wirklich, ich denke so, fuck. Und dann kommt eben so einen Satz, der Autor, der wirklich so im dritten Buch so einen wichtigen Ding schreibt. Und dann hat er die Kühnheit, am Schluss so einen Satz zu schreiben. Das zeigt genau den Humor von dem Buch. Ja. Ja. Und das ist ja ein der Grundsteine von, nicht einmal Comedy, sondern Humor. Überraschung. Und ich nehme an, darum hast du dann auch 10 Minuten gelacht. Ja. Das allerletzte, was du erwartet hast, ist in diesem Moment so ein Satz. Und der Mut zu zusammenhangslos, das finde ich, das ist, mit dem Tim streite ich oft über das Shoutout an Tim, weil es das Wort Kühnheit bedeutet. Und das, das finde ich extrem kühn. Das echt dort zu machen. Es ist ein Weltbestseller und du holst es einfach dort hinein. Das finde ich unglaublich gut. Und jetzt, dieses Zitat aus meinem Lieblingsbuch steht, als Feelgoodmomente für den Überbegriff lesen. Es ist jetzt ein bisschen plump, aber ich liebe lesen. Ich bin nicht ein schnelles Leser, aber ich lese auch gerne. Das finde ich, immer wenn ich lese, sind das für mich Feelgoodmomente. Und du lestest kreuz und quer? Ja. Ausser, eigentlich kreuz und quer. Ich wollte es sagen, Fantasy lese ich nicht mehr so, seit Herr der Ring und Harry Potter. Jetzt habe ich aber aktuell zum Beispiel auf dem Weg hierher ein Hörbuch, also von Hörbuch Lese manchmal definieren. Und ich habe jetzt, jetzt höre ich tatsächlich ein Fantasy-Buch, das habe ich jetzt aber schon lange nicht gemacht. Der Name des Windes ist sehr empfehlenswert, kann man sagen. Und sonst, Kreuz und quer. Ich habe jetzt sogar von Stephen King gelesen, das habe ich lange nicht gemacht. Bis mir mein Lektor hat gesagt, bevor ich dein Buch lektoriere, musst du die Biografie von Stephen King gelesen. Und das ist auch für alle kreativ Schaffenden eine unglaubliche Empfehlung, die Biografie von Stephen King. Das ist ein spannender Charakter. Unglaublich, ja. Ich habe glaube, noch nie ein Buch von ihm gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe schon viele Interviews gesehen von ihm. Und halt für Filmungen. Es ist unglaublich. Mein Liebling ist Der Mist. Der Nibel heisst es wahrscheinlich auf Deutsch. Ah, ja. Das habe ich nie... Das als Film ist so unglaublich geil, weil du denkst, es wird so ein bisschen ein Horror-Schocker. Aber es ist eigentlich... Dort ist ein Lieblingssatz von mir. Es kommt ein Nabel und man sieht nichts mehr. Und irgendwie der Hauptprotagonist und sein Kind und so. Die sind alle in einem Supermarkt eingesperrt. Und danach entwickelt sich dort ein Mikrokosmos. Von irgendwie... Die eine ist so überreligiös und holt ein paar Leute so zu sich. Und es gibt dann so wie verschiedene Fronten, die dann wie gegeneinander kämpfen in dem blöden Supermarkt, oder? Ja. Und dann sagt einer, sagt einfach irgendwann so, wenn die Leute nicht mehr halt auf Englisch, wenn die Leute nicht mehr 911 anrufen können, dann drehen sie durch. So. Und es ist es ist es ist es ist ein recht geiler Film, wo eben gar nicht so... die Monster sehen nicht gut aus und so Effekte sind nicht so geil, aber so die ganze eigentlich die ganze gesellschaftliche Entwicklung. Ja, ja. Wo der kleine Raum durchmacht ist sehr geil. Das ist klar. Ich finde bei ihm einfach so... Ich habe ihn nie gelesen. Ich habe nie Stephen King gelesen. Ich habe viele von seinen Filmen gesehen und bei vielen Filmen schnell schon erst im Nachhinein das ist ja Stephen King. Ja. Wenn du ihn gehörst, denkst du Horror. Denkst du Ass, denkst du Harry und so. Und ich habe ihn mega lang verschmäht dann habe ich zuerst das allererste Buch, das ich von ihm gelesen war seine Biografie. Über das Leben und das Schreiben. Das Leben und das Schreiben. Also es ist auch die Biografie. Genau. Es hat über sich... Also er ist wie zwungen worden von seinem Verlassen... Zwungen worden. Sie haben es nahegelegt. Für junge Autoren und Autorinnen ein Buch geschrieben. Er hat zuerst so sein Leben beschrieben. Wie er zum Schreiben kam, was ihm alles so passiert ist. Und dann der zweite Teil ist, wie er schreibt, was er jungen Autoren und Autorinnen mitgeben will. Ja. Und das habe ich zuerst gelesen. Und dann habe ich zuerst mal geschnellt, wie unglaublich viel der schreibt. Also er sagt, wenn du Autor werden willst, Autorin, es ist ja wie auch eben wie viel gesagt wird, du musst das eigentlich unglaublich viel machen. Du musst echt viel schreiben. So wird es gut, oder? Und er schreibt bis heute, und er ist jetzt über 70, 10'000 Wörter am Tag. So oder so. Ausser am Sonntag. Er schreibt 10'000 Wörter am Tag. Er sagt, es ist egal wie lange es geht, er schreibt 10'000 Wörter. Und dann ist er mir aufgefallen, dass er einen unglaublichen Output hat. Und dann so, wir haben z.B. Shawshank Redemption geschaut, der unglaubliche Film, oder die Verurteilten auf Deutsch. Das ist Stephen King. Und er hat so krass geile Plots und so Ideen, Greenmail ja auch, auch Stephen King, die so gut sind. Und jedes einzelne Buch von ihm funktioniert auch als cineastisches Meisterwerk eigentlich. Es funktioniert als Filmplot. eigentlich jedes einzelne Buch, welcher mir ein Begriff ist. Und, ich habe jetzt nur zwei Bücher von ihm gelesen, auch die deutsche Übersetzung, aber auch dort merkt man, er ist echt unglaublich gut geschrieben. Du merkst, der Typ schreibt echt unglaublich gut, der nimmt dich einfach mit. Ja. Ja. Vielleicht muss ich auch mal eins lesen. Also ich kann dir sehr empfehlen, ich habe jetzt gelesen, Billy Summers, sehr gut, das ist wie so ein Auftragskiller, geht es dort, wo aber dann sehr gute Wendungen nimmt. Oder ich habe jetzt, wenn ich es jetzt gerade abgeschlossen habe, ist Wahn. Wahn. Ein recht dicker Schunken. Und, ja, da geht es um einen Typ, der einen Unfall hat, und er fährt einfach malen, und dann passiert plötzlich auch etwas mit den Bildern. Das ist eigentlich ein ruhiges Buch, aber es nimmt dich voll rein, so. Und, das ist die Antwort auf deine Frage, ja, sehr, 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 kreuz und quer, eben von Science Fiction, wo Frank Schätzing, habe ich, glaube ich, auch schon mal diskutiert, einer meiner Lieben, der deutschen Science Fiction Autoren, aber auch über, einfach so, so Coming of Age Romane von Benedikt Wells, und natürlich nicht nur Bestsellerautor und Autorinnen, aber es sind so die, die wir so in sie kommen. Ich liebe lesen, ja. Ich bin langsam im Lesen, aber ich liebe lesen. Sehr schön. Und so in jedem Moment, wo du dich rausnehmen kannst, wo du irgendwo sitzt am Strand, oder im Zug, oder irgendwo, wo du dein Buch aufstust und liest, bist du wieder so in diesem Eskapismus, das ist jetzt das neue Wort, das habe ich auch im Podcast mit dem Cenk gelernt, das ist wie, das ist wie unglaublich schön. Aber das ist so, ich merke, wenn ich mal, wenn ich mal liese und es wirklich schaffe, drin zu sein, dann ist eben auch alles andere weg. Ja. So. Ich bin einfach, ich brauche immer einen Moment, bis ich diesen Moment habe. Ja, aber das ist ja, ich finde es bei mir spannend, weil ich lange nicht gelesen habe, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Das habe ich ja manchmal immer noch so Mühe, dass ich mich nicht so lange auf etwas konzentrieren kann, ausser ich eben den Durchbruch schaffen kann. Ja. 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 Und das ist aber auch stellvertretend für die Konsumation von verschiedenen, äh, äh, ich sage mal, von Konsumation von Kultur, sei es eben Theater, Dings, äh, sei es Lesen, sei es Filmen, die ich auch sehr liebe, Gamen finde ich auch geil, wo du diskutiert hast, echt so etwas, äh, der Eskapismus, ja, sage ich es richtig, Eskapismus, den ich vorher nicht kenne. Hast du Cenk auch noch ein gutes Shoutout, der Cenk? Fremdwörter. Fremdwörter und Konzept. Yes. Eskapismus. Escapism. Ah, ja. Ja, ich finde auch Comedy-Eskapismus. Voll. Und, ja, das ist die Diskussion, wo, wo etwas, was am schönsten an diesem Job ist, ja, dass du, für den Eskapismus der Leute, also nicht nur die eigenen so. Absolut. Mitverantwortlich bist. Leute aus dem Alltag, eben aus dem, der Demonstration, aus dem Weltuntergang, draussen auf dem Bundesplatz, bist du in deinem Cocon, und kannst die Leute mit auf eine Reise nehmen. Das ist schon etwas unglaublich Geiles. Mega. Mega. Das heisst, wir haben, doch, wir haben noch einen, oder? Ja, stimmt. Ich rede ja unglaublich viel, aber das ist, worauf ich mich so wahnsinnig gefreut habe. Ich rede so gerne über das Zeug, wo ich gerne über positive Sachen rede. Ich finde das so wichtig, wie du hast gesagt, wir machen das manchmal viel zu wenig. Ja, und darum finde ich es jetzt mit dem neuen Konzept, finde ich ja schön. Ich finde nämlich nichts geiler, als wenn Menschen mit Passion, oder eine Passion für etwas haben. Und wenn sie über das reden, das gibt mir mega viel. Immer. Ja, voll. Darum finde ich das Konzept unglaublich gut, darum habe ich mich auch selber eingeladen. Am Schluss habe ich dich eingeladen. Ja. Das muss man immer dazu sagen. Okay, Letzter? Letzter ist, ein Moment, den ich hatte, wo ich als VW-Bösschen unterwegs war, mit meiner Partnerin, und ich bin, es ist mitternacht, oder halb eins am Morgen, es ist alles ruhig, wir haben so sehr gute Vorhänge in diesem Bösschen, ich bin, die Schiebe der Tür öffnen, wo wir auf die Bösschen gehen müssen, kommen aus, es ist Tag hell. Also, faktisch, in der Nähe von Tromsö, Mitternachtssonne. Ah. Mitternachtssonne, muss ich sagen, das war ein unglaublicher, viel guter Moment, weil es ist ganz ruhig, also Tierchen, Menschen, alle schlafen, weil es so wie der Rhythmus ist. Ja. Aber es ist Tag hell. Und dieser Moment ist, den finde ich auch recht unglaublich, das ist recht unglaublich gewesen. Und wirklich speziell, so wie halt, nicht fassbar, so wie ein richtiger, du stehst dann auch dort und schaust einfach und geniesst, und denkst so, shit, das ist jetzt eigentlich dieser Moment so. Und das hast du in diesem Moment auch bewusst machen können? Du kannst sagen, okay, wow, ein bisschen ist jetzt egal. Ja, ja. Aber so, dieser Moment vom Aufduftuch, ich bisse jetzt in die Hose, ich geniesse jetzt auf den Moment. Ja. Oh, schau, sagst du, der Ding vom Nordcup dort, der Globus. Ja. Ah, schön. Ja. Genau. Und der ist, der hat es auch schon ein bisschen angediskutiert, der Sven hatte ja sehr ein ähnliches Beispiel mit dem packten Auto und so. Ja. Und für mich ist das jetzt stellvertretend, der Moment ist für, stellvertretend für mich, für Reisen halt. Es ist wirklich, ich reise unglaublich gern. Am liebsten eigentlich, eben mit unserem VW-Bus, wo, Fun Fact, Marvin heisst, Marvin ist der Paranoid Android von, der depressive Roboter von Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ähm, und wir sind eben dann auf einer längeren Reise gewesen, meine erste, richtig lange Reise, und, äh, da sind wir eben, bis auf einen Norden gefahren, wo ich dort mit der Nacht sonne lebe. Und ich liebe das auch, mit dem Bus unterwegs sein, äh, aber auch, äh, andere Art und Weise von Reisen, äh, lieber ein bisschen langsam reisen, nicht irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo her, und dann dort wird die Ausstieg wieder zurück, aber, oder, das ist cool, aber, äh, so, das, 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 wie roadtrip mässig, oder langsam vorwärts kommen und reisen, das liegt. Der Weg ist das Ziel. Ja, genau. Genau. Ja, und das auch, das auch nicht. Ja. Und das ist für mich ja der große Unterschied von Reisen und Ferien. Ja. Bei Reisen eben geht's ja um alles. Ja. Wenn du in die Ferien gehst, dann nimm lieber das Flugzeug, ja. Weil du sparst 10 Stunden. Oder weisst du, je nachdem, wo du hin gehst. Ja, genau. Aber wenn es ums Reisen geht, dann, äh, sollte es wirklich eben auch darum gehen, Ja. Dass man auch, ich mein, eben, der roadtrip, so wie er halt in den, in den amerikanischen Filmen zelebriert wird, ist ja immer, ah, ja, wir müssen dort und dort hin, zum das und das machen. Ja. Aber der ganze Film ist nicht, wie sie dort sind und das machen. Sondern der ganze Film ist, wie sie dort hinfahren. Ja. Und das ist, das finde ich eben schon geil. Darum habe ich ja den, den Bus extrem gern und die Reise, die wir dann gemacht haben, die hat, äh, für mich auch viel geändert in meinem Leben, äh, wo es nicht auf den SH reinkommen hat. Aber das ist wirklich, da ist einfach so, das, 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 dann ist, das, das, dann ist es einfach plötzlich geil, wenn du echt dort stehst oder ח guckst so, w�öchst so. Oder die Mitternachtsonne, oder ganz einfache Sachen dann, wでe man ins Nachkochsch, vor dem Bus hockst, du das isse ich und so, das ist, isse ich oder so ... Irgendwo anhaltest du so ein kaffeegetränkholst, so eine Tankstelle, irgendwo im Nirgendwo mit dem Bösser unterwegs. Das ist schon etwas, das ich sehr gerne habe und das ich jetzt auch oft zu rekonstruieren, mit anderen, ich sage jetzt nicht Abenteuer, weil das ist ein grosses Griff, aber ich habe ja auch mal länger laufen oder habe mal eine längere Velotour gemacht und solche Dinge finde ich so richtig geil. Wie das das Unterwegssein und du hast dann gleich, also ich bin kein Abenteurer, in diesem Augenblick habe ich nicht das Gefühl, ich bin so ein Abenteurer unterwegs und das finde ich richtig geil. Und für das ist stellvertretende Mitternachtssonne wahnsinnig, wahnsinnig gut gewesen. Und dort hast du keinen E-Moment, aber du hast jetzt auch eine Erinnerung. Absolut, du hast absolut recht. Du hast aber letztes Mal gesagt, so eine Reise ist für dich ein bisschen durch, nicht durch, aber so ein bisschen wie mit Sven diskutiert. Du hast dann gesagt, er kommt mega gerne nach zwei Wochen irgendwo in der Ferie, wird er nervös. Nein, 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 ich meine nicht Reisen an sich, ich meine Reisen als Teil vom Job. Ah, genau, ja stimmt, sorry, das habe ich falsch. Das eben, dort merke ich, wenn wir es ganz am Anfang nehmen, mit der Motivation, dort merke ich, ist meine Motivation vor allem Ende Saison, ist sie dann nicht mehr so stark, wie halt eben, wenn man frisch anfährt, dann ist es ja, boah, was, ich muss in die Ostschweiz, oder? Wow, und jetzt ist es so, fuck, ich muss in die Ostschweiz. Nicht wegen der Ostschweiz, sondern einfach, es geht lang. Was sind so deine Momente, deine viel guten Momente auf einer Reise? Hast du eine Besonderung, die dir geblieben ist? Hey, ich habe im Positiven wie im Negativen, nein, die größte Erkenntnis ever, habe ich gehabt in Byron Bay, das ist Ostküste von Australien, und das ist so eine kleine Surfer-Kiffer-Stätte, so, oder? Ich persönlich kiffe nicht wirklich, ich habe dort glaube ich auch nicht, aber ich habe dort Surfen gelehrt, und ich habe auf dieser eigentlich Weltreise, weil ich bin einmal um den Globus, habe ich mir trotzdem zum Ziel genommen, so ein bisschen flexibel zu bleiben, also ja, nicht zu viel, ah, dann muss ich weiter, und das und das und das, oder? Und in Byron Bay bin ich eh schon recht lang gewesen, bis ich zweieinhalb Wochen oder so, und dann hatte ich irgendwie, äh, am nächsten Tag, hätte ich auf Brisbane, weil von dort mein Flug gewesen war, auf Hawaii, so. Und ich habe ihn kennengelernt, äh, der Jesse, so richtig Australier, und irgendwann bin ich nicht mehr in Hostels gewesen, sondern habe bei ihm können pennen. Und das ist eigentlich mein letzter Abend gewesen in Byron Bay. So, und dann wirklich einfach, wie es dazugehört, äh, absoluter Alkerausch an irgendeiner Reggae-Party, wie so auch immer, nicht so meine Musik, aber ich habe es voll gefühlt, weißt du so. Womit wir wieder beim Thema Rausch wären. Richtig, mit irgendwelchen Fremden auf der Strasse geredet, äh, mit einem wirklich so eine Connection gehabt, weißt du so, wow, was bist du für eine geile Sicht, am Schluss haben wir uns umarmt und so, oder? Ja. Und dann ist so für mich am halb drei am Morgen, bin ich so gesehen, Jesse, ich weiss nicht, ob ich morgen gehen kann, oder? Und er so, bleib noch, kannst du bei mir pennen, kein Problem. Und dann habe ich im Suft, habe ich meinen Flug verschoben, auf Hawaii, habe gefunden, ich schiebe eine Woche zurück. Und dann bin ich, also wäre der Plan gewesen, noch eine Woche in Byron Bay zu bleiben, und zwei Tage später, bin ich so, Ah, ich muss gehen. Ja, ja, ja. Ich muss, aber jetzt, sofort. Jetzt ist der Weg, ja. Ich bin wieder am Strand gesessen, wo ich es so geliebt habe, eine Woche vorher, da habe ich gedacht, fühlt sich nicht mehr richtig an. Ironischerweise, der Typ, wo ich eine mega Connection hatte, der ist zu mir gekommen, hat genau der gleiche Scheiss gelabert wie vor zwei Tagen, hat keine Ahnung mehr gehabt, wer ich bin, Sondern es ist einfach so eine ewige Betrunkene, die einfach natt ist, weißt du, und mit Leuten Connections macht, aber er selber weiss es nicht mehr. Und ich so, ah, wir haben uns schon kennengelernt, also, keine Ahnung, weißt du so. Dann habe ich so gemerkt, irgendwann fällt so ein bisschen die Fassade. Ich denke immer an ein Western, wo du siehst die Westernstadt, und es sind eigentlich nur effektiv Fassaden und hinterher sind so die Holzbalken, oder? Und irgendwann vorstelle ich die Holzbalken gesehen. Oh ne, ja. So, und dann habe ich im Positiven habe ich es dann umgekehrt gehabt auf Hawaii, wo ich an einem Traumort gesehen bin, auf der Insel Maui, ein sensationelles Hostel, wo auf so einen Grund positive Energie hat, wo alle zu einem besseren Mensch werden. Alle kommen gestresst an, alle sind irgendwie genervt, und irgendwie Wochen später sind es die nettesten Leute. Ja, ja. Und das habe ich bei mir auch so gesehen. Ah, ja. Und dort sagt dann, die eine vom Hostel sagt dann so, ah, aber es ist jetzt irgendwie schade, dass du morgen schon gehst, jetzt bist du ja gar nicht so lange da gewesen. Und dort habe ich dann immer gesagt, es ist perfekt so. Ja, ja. Auf keinen Fall. Lieber gehe ich jetzt mit dem, eben so der klassische, lieber ein bisschen zu früh, als zu spät. Du solltest nie, für mich, der Peak überschiessen, macht so viel mehr kaputt, als wenn du kurz vor dem Peak sagst, ich habe das Gefühl, jetzt ist es traumhaft. Und das ist für mich das Schöne am Reisen, dass du eben vor allem, wenn du die Flexibilität hast, dass du einfach sagen kannst, jetzt ist perfekt. Und eben vielleicht ist es zwei Tage zu früh, aber es ist meistens nicht viel zu früh, sondern wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es gut zu gehen, dann geh. Aber das ist jetzt eigentlich ein sehr schöner Kreis, zum diesen noch zu schliessen, weil einerseits haben wir jetzt viel darüber geredet, dass du die Momente nehmen sollst. Ja. Wie sie sind. Ja. Und wenn du das kannst, habe ich das Gefühl, wie du jetzt gerade sehr schön beschrieben hast, in Hawaii, die dann nicht daran klammern, aus Verzweiflung so. Ich. Du hast es wie vorhin gelernt, in dem, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Byron Bay. Hast du wie gelernt, wo du zu lange bist geblieben, dann in Hawaii genau die exakte Momente, als solches, als die Woche zwei, als du warst, zu nehmen, wie sie sind und zu sagen, perfekt so. Absolut. Also Momente nehmen, wo sich nicht immer für ewig dran klammern wollen, weil das ist sowieso ein Ding, der Unmöglichkeit. Das hast du jetzt gerade sehr schön, sehr schön umschrieben mit dieser Geschichte. Und das machen wir jetzt auch mit dem Podcast. Perfekt. Perfekt. Als hätten wir es gesteigt. Wir klammern uns jetzt nicht noch dran, sondern wir nehmen den Moment so, wie er ist. Perfekt. Ja. Das heisst aber, die sechsten Dinge. Das war die Moral, die ich am Anfang schon sagte. Ah, stimmt. Moral, die jetzt schön... Das schneiden wir raus. Ja. Mega schön bist du da gesagt. Ja, merci, habe ich da bekommen. Viel Erfolg. Wie du es mal kurz erwähnt hast, es gibt auch von dir ein Buch, das kann man nach wie vor kaufen, bestellen und lesen. Du bist auf Tour. Und ähm... Ja, man fängt alles auf, auf meinen sozialen Medien, auf meiner Webseite. Yes. Meine, 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 meine künstlerischen Eskapaden. Könnt ihr dort noch zu Gemüten führen. Egal, weil es Sean es dir gerne hat. Ich habe für alle etwas. Künstlerische Eskapaden für Eskapismus. Wuuu. Was für ein, was für ein Schluss. Alles Liebe. Dir auch. Danke Christoph. Merci Christoph. Und bis bald. Peace. Tschöneetrzej. hom 0 1 Nein es sind Întonym ihr 되고 Ey grass G Mei 1 H grind